und damit moin moin und noch mal ganz herzlich willkommen zu hardcore colonization so wie gesagt heute standardisierung weiter treiben und auf jeden fall auch in die richtung wiederverwendbarkeit gucken was ich mir in den kopf gesetzt habe für heute ist die erste stufe da sind wir ganz gut vorwärts gekommen finde ich beim letzten mal dass wir das schon mal testen konnten das hat noch nicht perfekt geklappt aber die letzte landung hat zumindest mal die antriebe überleben lassen was doch schon mal was doch schon mal eine ganz schöne nummer für die geldersparnis war nächster step sollte jetzt natürlich eine saubere landung sein wo wir die gesamte rakete überlassen leben lassen und dann noch gucken ob wir nicht mit der zweiten stufe uns auch noch was einfallen lassen können das ganze würde ich gerne heute kombinieren mit weiß ich noch nicht eine touristenmission einer orbital rettung irgend so was in die richtung und das wäre so ein bisschen der plan für heute und schabel pallone vielen dank für den 23 monat auch als streak sehr sehr cool und genau in einem monat bist du reif für den patch sowas von reif für den patch ich merke schon ihr wollt einfach auch nicht dass ich dass ich spreche was ich nachvollziehen kann ich will oft auch nicht dass ich spreche und borki verabschiedet sich aus der holzklasse und geht rüber in die bronze liga vielen lieben dank für den dritten monat in folge so es wird ein neuer wundervoller tag über den dem kirbin space center wenig bewölkung ein guter tag um raketen steigen zu lassen ich öffne mir jetzt mal ein schönes kaltes matehaltiges getränk und dann gucken wir mal wo wir stehen geblieben waren würde ich sagen es gibt so ein paar erkenntnisse aus meiner sicht ich habe da jetzt auch noch mal 1 2 3 15 nächte drüber schlafen können was die probleme so waren ich glaube ich würde ein paar sachen drehen an dem booster und zwar würde ich nicht auf dem großen triebwerk landen wollen sondern auf den kleinen seitlichen triebwerken das wäre so mein plan dahinter dass wir das umstellen beim testen und vielleicht ein paar delta wie mehr wir waren jetzt so bei 5 600 zum schluss weiß ich nicht vielleicht bleiben wir sogar dabei genau dann kommt ein apple stage und dann kommt eine kapsel für die mission die wir tun wollen ich würde sagen wir suchen uns als erstes mal die mission auch raus ok das ist jetzt niemand dabei für eine rettung aus dem ordner und wir aber auch bucht sich einmal eine die holzklasse vielen dank für den zweiten monat nächsten monat gibt es dann auch schon den bronze kei dankeschön und weiterhin ganz viel spaß beim zugucken was können wir dann stattdessen machen two tourists to low carbon orbit das wäre doch mal eine schöne übung die müssen eine stunde sein das wäre eine dreier kapsel also ein pilot mit zwei touristen ich glaube das würde ganz gut funktionieren ähm und dann haben wir 35k die wir damit verdienen können potenziell oder halt ziemlich viel abzug an reputation wenn wir es versauen da mache ich mir aber weniger sorgen drum lass uns das mal nehmen und dann probieren wir damit unsere erste unsere erste erfolgreiche mission hinzubekommen so und dann schauen wir uns jetzt mal an wo wir stehen geblieben waren wir ändern ein bisschen die action groups mit dem an und ausschalten die community geschenktour verdeckt irgendwas im chat kann man die nicht ausschalten weiß ich nicht spätestens wahrscheinlich wenn ich sie leer mache wir können jetzt noch einen kurzen moment warten und dann schütte ich sie einmal aus und dann sollte die weg sein stimmt da gibt es keinen knopf um die auszublenden das ist natürlich denkbar ungünstig so ich glaube so ein bisschen die funk netzwerk war ja unsere letzte unsere letzte iteration eigentlich mit der wir gearbeitet haben ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ob das auch schon die die letzte der letzte stand war den wir als subassembly gespeichert haben ich würde das gleich noch mal überarbeiten und noch mal speichern hast du es mal zum stream geschafft sehr schön herzlich willkommen quicker so okay lasst uns mal gucken und zwar wir haben in den aktionsgruppen das licht sind die dinger und ich meine abort ist toggle engine und ich würde jetzt mal genau das gegenstück machen dass wir nämlich sagen wir machen auf abort toggle für diesen engine dass wir einfach sagen wir schalten das haupttriebwerk dann aus und leben erstmal damit dass wir auf den kleinen booster nicht ganz so viel schub haben dafür kann ich es aber hoffentlich ein bisschen besser dosieren weil die rakete sollte in dem moment schon relativ leicht sein wenn wir zurück kommen und das müsste eigentlich funktionieren hoff ich so wir speichern das jetzt noch mal als subassembly und dann kümmern wir uns mal um die second stage weil first stage haben wir soweit ähm ich nehme den hier nochmal raus delete so und dann ist das hier eigentlich der ab hier oder da kommt ja jetzt eine second stage noch drauf ja die second stage wird das fairing beinhalten ja zack subassembly dropzone muton launcher stage one okay jetzt haben wir ein raumschiff soweit so das don't save das zocken habe ich abgeschaltet ich habe da mit den mods auch ein paar diskussionen gehabt die letzten streams drüber ähm dass wir festgestellt haben dass mittlerweile sehr viel check-on-chat-aktivität tatsächlich fürs zocken drauf geht was ein bisschen schade ist weil dadurch viel durchscrollt auch ähm und haben das mal so abgewogen das ist letztendlich auf 50 50 eingestellt das heißt am ende gleicht sich das aus manche werden natürlich ein bisschen glück damit haben manche werden pech da ein bisschen pech damit haben ähm und wir haben jetzt gesagt wir machen das gamble aus äh wenn man die kürbel dollar verdienen will dann übers zugucken und wir lassen die jetzt noch bis 31 10 laufen weil wir haben ja im moment die kürbel dollar über den chatbot der chatbot hat leider in der zeit immer wieder mal machen ich muss jetzt auch das clip ding ausschalten äh über das minigame reden wir mal lieber nicht und werden uns dann zum 31 10 rüber begeben rein auf die science geschichte also das twitch eigene ding weil das dann wenigstens funktioniert ähm ich werde dann auch die entsprechenden perks rüber nehmen alles was ihr bis dahin noch mit den kürbel dollern euch verdient und einlöst werde ich auch noch einlösen also selbst wenn ihr jetzt sagt ich löse am 31 10 noch meinen eigenen veteranen kürbel ein dann kriegt ihr den natürlich noch deshalb auch jetzt schon mal die sehr sehr frühe vorwarnung dass am 31 10 mit den kürbel dollern schluss sein wird einfach um da ja nicht zwei so währungen nebeneinander zu fahren das war jetzt mal ein netter test ich glaube langfristig sind wir mit der twitch eigenen währung besser dran und können dann die sachen nach und nach da umsetzen und ich glaube da wird es auch noch ein paar mehr integrationen geben mit dem man dann irgendwelchen schabernack treiben kann so genug geredet jetzt mal haben wir schon Haben wir schon irgendwas mit touristen Zwei kürbel lko das ist glaube ich sehr basic Vermute ich ja das ist das ist sehr basic so basic wollte ich nicht gehen Im prinzip wäre es ja was was auf den Minmus Minmus science mission Minmus lander Irgendwie was in diese richtung ja ja das jetzt mal das bauen wir eh gleich weg Ah sehr viel vereinfachter ne ich glaube wir bauen es neu lasst uns neu bauen dass das geht einfacher jetzt so Wir nehmen uns ein dreier Pott auf jeden fall Und da wir unsere hochgeliebten touristen befördern werden Machen wir uns Ein relativ sicheres setup Und damen vielen dank für den resub neunter monat das twitch baby ist voll worum geht es heute wir machen weiter mit Standardisierung bauen zweite stage reusability und Last but not least wollen wir damit natürlich auch eine pain mission fliegen also sprich Kohle verdienen wir haben uns schon was ausgesucht mit zwei two gries Und das bauen wir jetzt heute mal so ich würde mal diesen stack als ein bisschen default voraussetzen Und ich glaube wir machen noch das hier dazwischen ich glaube ich glaube so finde ich erst mal so generell Eine low carbon orbit mission die zurückkommt ganz okay Dann kommt da noch ein heat shield dran Und dann hätten wir wir haben noch nicht mal die erste recover doch doch wir haben die erste stage Zu kostentechnisch zu 80 prozent recovered die werden wir heute natürlich auch weiter testen Aber ich will jetzt das ganze auch mit einer echten mission verbinden Willkommen im team im team wir haben noch nicht mal die erste richtig getestet was ist los mit euch ein bisschen ein bisschen mut nach vorne zu gehen mal bitte Einfach mal ein bisschen ein bisschen Mutig sein mutig sein wenn wenn allen musk behaupten kann er hat das starship in sechs monaten im orbit dann kann ich ja wohl im nächsten start behaupten Ich habe zwei stufen reusability erreicht Sorry, but not sorry So jetzt haben wir Sowas ähnliches wie ein raumschuf hätte ich mal gesagt Jetzt wäre die überlegung Joxel vielen dank fürs follow und der charabe paduna hat sich den eigenen Den eigenen kerbel redeemed genau deshalb kommt das willkommen im team jetzt jetzt ergibt es auch im kontext irgendwie sinn Was da passiert ist Sehr schön wer schreibt mir dann gerne mal Im discord am besten was es sein darf Wie wir uns das genau vorstellen oder wie du dir das genau vorstellst So was machen wir jetzt draus ich glaube wir machen keine riesen drama wir machen Machen kleinen treibstoff tank ich glaube wir gehen so ein bisschen anders damit mäßig an die nummer ran wir gehen so ein bisschen anders denken ist sich ran Zack kleines raumschiff Ganz kleines raumschiff Ganz kleines raumschiff Haben wir einen schönen deckel dafür? Ich glaube da haben wir einen schönen deckel dafür Ich glaube da haben wir einen schönen deckel dafür Ja ja ich glaube Ich glaube so können wir das machen Eher so barebone oder eher so So ist besser oder? So schließt das ein bisschen schöner ab Zack Dann hat das jetzt im Orbit schon mal 1500 Delta V und wiegt auch nicht so viel Mickey redeemed gleich noch hinterher jetzt Jetzt kommt der große Ausverkauf Jetzt kommt der große Ausverkauf Ihr könntet noch bis Ende des Monats übrigens Punkte ansammeln Und noch auf Veteranenkörbels Oder wenn es reicht auf VIPs gehen Ihr müsst da Ich sag's nur Ich sag's nur Nicht Nicht paniken Nicht paniken So Was machen wir? Aweckle ström Aweckle ström Machen wir einfach So hätte ich gesagt Ich kann mir nur einen halben Körbe leisten Wie gesagt bis 31.10. läuft das ganze ja noch Also wenn ihr da fleißig Streams guckt Kann da noch was draus werden So dann haben wir Wenn das ausgeklappt ist Zack Ein okayisches Raumschiff hätte ich gesagt Jetzt machen wir noch folgendes Wir nehmen noch Nehmen wir die ganz kleinen Düsen 75 45 0,075 0,0 Wenn wir das machen Haben wir in jeder Ebene Was zur Verfügung Ne? Das ist nicht besonders schön Patrol aus So ich glaube Nach dem 31.10. benutzen wir das Twitch eigene Also die Signs die ihr jetzt auch schon sammeln könnt Und ich werde dann die Sachen wie die Körbels und so weiter Hier rüber nehmen Zu entsprechenden Angepassten Preisen Bis dahin haben wir hoffentlich genug Erfahrung damit Also alles was es jetzt zu redeemen gibt Werden wir dann quasi rüber ziehen Damit man es auch redeemen kann Mit Hilfe der Signs Punkte Genau Sodass wir nur noch eine so eine Währung haben Das war ganz nett über ein Chatbot Aber so ist es halt über Twitch Das ist glaube ich Insgesamt Ein bisschen sexiger So jetzt brauchen wir noch Jetzt haben wir die Abort Natürlich mit denen Mit denen da belegt Nachher okay ich glaube wir müssen die Abort Gruppe Also Abort ist Decouple Und Activate Engine So Das ist unser Abort Wir müssen nur nachher aufpassen dass wir den Anderen Abort umlegen auf Breaks oder sowas Ich habe leider noch nicht so viele Äh Noch nicht so viele Ähm Na Noch nicht so viele Action Group Points frei Das war das Wort was ich gesucht habe Jetzt überlege ich gerade Vielleicht machen wir es doch mit einem Was ist was wiegt das hier Das Ding wiegt 0,08 Tonnen Was wiegt eine Plate 0,023 Okay Dann machen wir es mit einer Engine Plate Das ist ein bisschen schöner für den Abschluss Denn Wir haben sonst das große Problem Dass der Übergang nicht gut funktionieren wird Auf die Nächste Stage So und jetzt nehmen wir Ein Stack Separator das erste Mal Das ist ja das Ding was in beide Richtungen abtrennt Wenn ich das richtig verstanden habe Das bleibt halt so übrig So und hier wäre jetzt mein Plan folgendes zu tun Für die Interstage Oder die Die Interstage sag ich schon Die zweite Stage Die zweite Stage Ist für mich jetzt natürlich so ein bisschen Wie soll ich das sagen Experimentell Wir können hier auch mal gucken Dieses Heatshield braucht allerhöchstens so viele Ablater Genauso auch Dieses Heatshield Wir gehen ja nur Wir gehen ja nur in Orbit raus So ich baue in die Stage jetzt ganz bewusst Einen Heatshield mit ein Und ein Service Bay In dem Service Bay Bauen wir natürlich ein Probe Core ein Wir müssen ja nachher Kontrolle über das Ding haben In irgendeiner Form So Jetzt überlege ich gerade Wie wir es mit dem Strom machen Reicht uns Reicht uns wenig Strom Eigentlich reicht uns Da sind 1000 drin Wenn sie ehrlich Eigentlich reicht das völlig aus Zack Zack das Ding Braucht nur eine gewisse Eine gewisse Mission Range Eine gewisse Zeit das überlebt Tranquility Base Hier The Eagle has landed Elon Winter Mach weiter so Dankeschön Und vielen Dank für den Re-Sub im fünften Monat Wir kriegen das hin Wir kriegen das hin Wir werden heute Sehr erfolgreiche Dinge sehen Ich rede es mir fest genug ein Dann passiert es auch Und wir brauchen natürlich eine Antenne Kann man dann seine Kerbel-Dollar in Science übertragen? Nein, deshalb kündige ich es so zeitig an Also ich habe es euch jetzt sehr zeitig gesagt Bitte, bitte, bitte Guckt dann, dass ihr eure Kerbel-Dollar Halt auch wirklich einlöst Damit wir den Transfer rüber zu den Science-Punkten haben Ich werde die nicht übertragen können Also ich könnte das Nicht mal wenn ich es wollte Weil mir dafür keine Technischen Mittel zur Verfügung stehen Um irgendwie Diese Science-Punkte zu verschenken Und selbst wenn Wäre es sehr aufwendig Weil ich ja von jedem Einzelnen von euch Das raussuchen müsste Aber ich kann es noch nicht mal Wenn ich es wollen würde Und wenn ich es könnte, würde ich es nicht wollen Weil es viel zu viel Aufwand ist Deshalb überlegt euch Was ihr damit machen wollt Wenn ihr noch auf etwas Großes kommt Löst sie bis dahin ein Und wenn ihr Nur noch so Kleinigkeiten Dann nutzt es für Sound-Alerts Schmeißt die Kohle raus Ihr wisst jetzt am 31.10. ist es vorbei So, was ich überlegt hatte War ja die Upper Stage auch Relativ groß zu machen So, das wird jetzt hier Tourist LKO Und Plüschtomate Vielen Dank für 5 Euro Für den guten Zweck Ans Haus der kleinen Forscher Dankeschön Dankeschön Und was hatte ich freigeschaltet Ich hatte Das war das große glaube ich Ich hatte das Tunguska freigeschaltet Und jetzt müssen wir mal gucken Ich glaube so funktioniert das Die Frage ist jetzt Wie viel Trust hat das im Vakuum Das hat relativ viel sogar Und eine Brennzeit von 256 Sekunden Das ganze wiegt jetzt 28 Komma 424 Ich speicher das mal kurz Wir hatten doch so ein Test-Craft Zwischendrin oder? Wie hieß denn das Ding? Wie viel Gewicht hatten wir da oben drin? 40 Tonnen Also wir stehen relativ gut da eigentlich mit der Kiste ne? Wenn wir das so machen Wir stehen noch relativ gut da Was das Gewicht angeht Und der Nächste redeemt seinen eigenen Körbel Jetzt schlagen sie alle los Was wir noch brauchen Fällt mir gerade ein Ist ähm Die Faring-Geschichte Ähm Da müssen wir sicher gehen Obwohl ich mir bei dem hier gar nicht so sicher bin Ob das Faring uns wirklich weiterhilft Aber wir sollten ein Faring Das Wort heißt Nukular Hier wird nichts Nukular gemacht Wir sollten sicher gehen, dass wir ein Faring mit in dem Konzept zur Verfügung haben Wie gesagt schickt mir dann gerne im Chat Was ihr hättet Also was euer Körbel für einen Namen haben soll Was für ein Geschlecht Und was für ein Beruf Zack So Wie gesagt das gerade ein bisschen Recruiting Stau Weil meine Slots voll sind So jetzt gehen wir auf den Abort Knopf nochmal drauf Jetzt müssen wir natürlich auch in dem Moment Faring Deploy machen Wenn wir abbrechen sollten So das sieht alles ganz gut aus So das wäre jetzt unsere Upper Stage quasi Und jetzt schauen wir mal Jetzt kommt eigentlich der Part Das wir sagen Wir machen hier drunter Die Seht ihr da fehlt schon was Da fehlt ein Decubbler Ein Decubbler Eigentlich ist es auch ein Stack Separator wenn wir mal ehrlich sind Und Ob das funktionieren wird Freunde Ob das funktionieren wird Und Vasko Fiasko Hat Hat Den Resubb reingehauen Für 20 Monate mittlerweile Vielen lieben Dank Auch an dich 20 Monate ist auch eine echt lange Zeit Und Gamble ist abgeschaltet Weil es einfach den Chat Sehr zugemüllt hat Wir hatten da Eine kleine Diskussion Zusammen mit dem Moderatornteam Auch und waren uns ziemlich einig Das ist Von Mehrwert her Das ist auch schon wieder so ein ziemlicher Space Spargel Das funktioniert Ein Space Spargel vor dem Herrn Okay Lass uns mal gucken dass das hier alles richtig kommt Wir müssen gleich das Staging einmal ordentlich machen Das sieht prinzipiell so aus als ob es funktionieren könnte So wir müssen hier noch Achso ein paar Sachen sind noch die ich noch machen wollte Und zwar Hier wollte ich noch Die Teile anbringen Allerdings Andersrum Die Idee dahinter ist Mit diesen Teilen Dafür zu sorgen Aber da ist ganz einfach Sprit drin Die helfen uns hier nicht Das machen wir über Direction Wids Mit diesen Teilen dafür zu sorgen Das egal was ist Weil das Heat Shield ist ja Hier vorne Aber Aber Wir haben hier hinten den Den Wir haben hier hinten das Triebwerk Was wir mitnehmen wollen Und das gewichtsmäßig Will der schwerste Punkt Also beim Wiedereintritt Will der schwerste Punkt Der Rakete nach vorne Dem kann man mit Drag Aber nach Entgegenwirken Und da wäre halt die Überlegung zu sagen Dass wir die Airbracks benutzen Um zum einen natürlich Speed abzubauen Beim Wiedereintritt Zum anderen aber eben auch Die Das Gewicht Das Gewicht Nach hinten zu ziehen So Ja Schauen wir mal Das funktioniert nachher So wie ich mir das vorstelle So Zack 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 Wir haben Strom Wir haben Eine Antenne Wir haben Wir haben eigentlich an alles gedacht Oder Was haltest du eigentlich von dem Entwickler von KSP 2 Über Entertainment Die heißen ja glaube ich jetzt anders Die heißen Die hießen früher mal über Entertainment Die heißen ja Star Theory Studios Und was ich bisher in den Interviews gesehen hatte Und auch in dem Interview was ich veranstalten dürfte Mitbekommen habe Habe ich einen sehr guten Eindruck Ähm Wie das Ergebnis dann aussieht Werden wir natürlich sehen Ähm Aber erstmal so vom Vom Interesse und der Passion Hinter KSP Jopp Bin ich eigentlich Ganz Positiv Eingestellt So Und was wir dann noch brauchen ist Jetzt kommt der spannende Teil Für die Upper Stage Und das müssen wir mal gucken Ob wir das so hingefummelt bekommen Ich hoffe dass das funktioniert Da funktioniert es nicht ne Ich krieg die da nicht ran Na gut Okay Dann müssen wir sie Im Airflow macht es Sinn Warte mal das Ding geht nach vorne Ähm Die Dinger zu drehen nachher Je weiter vorne sie sind Umso weiter sind sie eigentlich aus dem Flow raus Ne die Lenkung in den Airbrakes ist noch nicht aus Guter Hinweis Ähm Pitch und Jorn muss aus So In the theory Müsste das passen So wir müssen jetzt noch richtig heftig Auto strotten Und dann können wir uns an einen Testflug wagen Ich bin eigentlich ganz positiv eingestellt Wir müssen jetzt nur mal schauen dass Das ist natürlich völliger Murks jetzt gerade Also Haupttriebwerk macht Sinn Booster machen Sinn Das macht 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 so richtig keinen Sinn Was auch immer du bist Geh weg Fairing macht auch noch keinen Sinn So Das starten wir alles Brrrr Passiert So jetzt kommen Die Booster irgendwann Und wir können die wegschmeißen Das wird der nächste Schritt sein In unserem Staging Zack So Dann zünden wir Second Stage Sehr gut Das ist hier auch Schön beisammen So Second Stage Fliegt uns dann weiter In Richtung Orbit Bla 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 Fairing Deploy Bla 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 Irgendwelches anderes Zeug Interessiert keinen Menschen So Also wir müssen die Action Groups anpassen Hat man noch gesagt Mainsail Licht ist Das Ich pack das mal auf Jeer Set Maximum Angle und Extend Pistons pack ich auf Jeer Ähm Das macht am meisten Sinn Das ist auch am intuitivsten Set Maximum Angle Und Extend Piston So Ach Gott, oh Gott, dieses Action Group Ding Das ist ja Das ist ja ein richtiges Thema mit dem ich mich beschäftigen muss, wa? So und wenn wir das Licht anmachen Ist das auch der Zeitpunkt Zu sagen Dass wir Das Ding hier Zünden Und Die Kappe So, dann können wir das nämlich abwerfen Mit dem mit dem Signal des Licht einschalten Das können wir dann quasi sagen Ich brauche den Rettungsturm nicht mehr Ne, das mit dem Namen Redeemen war eigentlich so gedacht, dass man das Schiff nimmt, an dem gerade gearbeitet wird, um die in einen unique Namen zu versetzen oder zu verpassen Und dann ist auch gut Weil sonst Wäre das ein bisschen heftig So, was machen wir hier? Autostrad Heaviest Part Autostrad Ich bin mir nicht sicher, ob die Ob die Körbelfysik mitspielt, muss ich ganz ehrlich sagen Ich habe ein bisschen Schiss davor Okay Dann gibt es nachher Das geht auf Was ist das hier? Wer bist du? Ah, das ist ja der Stacked Separator Den sieht man einfach nicht, weil er hinter dem Fairing ist Sehr gut Und wahrscheinlich ist das der Terrier Sehr gut, ihr gehört zusammen Okay, Freunde Prinzipiell Müsst das passen Jetzt gucken wir mal die Trust Rate Ratios durch 1,63 ist Mehr als ausreichend Ist eigentlich sogar ein bisschen viel für meinen Geschmack, aber Hey Wer bin ich? Dann gehen wir auf 1,66 rüber Das ist auch völlig okay Upper Stage ist natürlich hier unten sehr schlecht Wird aber näher ans Vakuum gehen Ist also eher näher an diesen 0,7 dran Was für eine Upper Stage auch völlig in Ordnung ist Wir werden mit der unteren Stage Relativ viel schon runter brennen Aber ich brauche halt auch noch Volumen und Platz Um zurück zu kommen Ich glaube wir können es probieren Das wird jetzt ein bisschen risiko behauptet Ich will es gar nicht zu sehr verkopfen Ehrlich gesagt Insgesamt weil Wenn ich das jetzt zu sehr durchdenke Also wir haben Wir haben die Typen mit dabei Wir haben Strom mit dabei Man könnte darüber diskutieren Dass man hier vielleicht nochmal irgendwie Eine Batterie oder sowas ran baut Aber ganz ehrlich Hier ist irgendwie 150 Electric Charge mit drin Das wird schon irgendwie reichen Die sind da eine Stunde oben Die haben Solarzellen Was soll passieren im schlimmsten Fall So wir müssen dann Sprung mit dem Booster machen Suborbital Dann wäre der Plan Wir Sprengen die Second Stage ab Wir fliegen mit der Second Stage Den Orbit soweit fertig Dass wir Zeit haben Schlicht und ergreifend Schalten dann zurück zum Booster Und landen den Mal gucken wie gut das funktioniert Der ganze Spaß kostet 93k Wenn wir es in den Orbit bringen Haben wir schonmal 40k Durch Massive Scale Launches Wieder zurück Und bekommen 35k Durch die Mission Das heißt In dem Falle Dass wir nichts recovern Gut Das Kernstück hier oben Recovern wir so oder so Der Teil vom Raumschiff Ist so oder so Wie viel wert? Ich traue mich nicht das zu trennen Dann muss ich das ganze Staging neu machen Ich fasse das jetzt mal nicht an Der Teil vom Raumschiff ist auch was wert Und das werden sicherlich auch ein paar Ein paar Funds sein So Wenn wir das alles haben Sind wir schon Also selbst wenn wir keinen Cent recoveren Sind wir schon bei 75k Mit erfolgreicher Mission Sagen wir mal Rund 80k Weil Ein bisschen was davon Selbst wenn wir es am anderen Ende der Welt recovern Kriegen wir trotzdem noch zurück Damit haben wir einen sehr geringen Anteil Missionskosten Wir merken uns jetzt mal 423 haben wir jetzt ausgegeben 423.000 Und dann werden wir mal am Ende der Mission gucken Wie viel bei rumgekommen ist Ziel wäre es natürlich Volle Reusability Bis auf Die Booster Die schmeißen wir natürlich weg Und Den Rettungsturm Zu erreichen Und natürlich das Ferrying Was wir abwerfen Weil das geht ja einfach nicht In KSP Aber den Rest zu recoveren Mal gucken Inwiefern das funktioniert Und jetzt erstmal Panavia Vielen lieben Dank Für den Sub Und ganz viel Spaß Mit deinen Emotes Kerbal Emotes Darauf möchte ich nochmal Wert legen Kerbal Emotes Beste Emotes Ever So Ehrlich gesagt habe ich Ich habe hauptsächlich Angst davor Dass mir das Ding Richtig Hart Auf dem Launchpad Unterm Arsch zusammenbricht Das wäre so meine Hauptbefürchtung Alles weitere müssen wir sehen Und Ziel wäre jetzt Für einen relativ sicheren Lauf Zu sagen Dass wir bei 700 bis 800 Metern pro Sekunde In der First Stage Quasi ausmachen Und auf die nächste Stage rüber gehen Ich hoffe dass wir bis dahin genug Geschafft haben Um Mit der Kiste Tatsächlich Was zu erreichen So Wen lassen wir das aussitzen Ich glaube Valentina ist mal wieder im Zug Dann kann ich es euch nicht zum Vorwurf machen Und wir haben dann nur die beiden Touris mit dabei Der hat ein bisschen Schiss ne Das kann richtig teurer werden Wenn das jetzt in die Hose geht Aber es kann eben auch recht genial funktionieren So wir haben Ich muss nochmal meine Action Groups durchgehen Wir haben Wo habe ich jetzt das umstellen Ich glaube das habe ich noch gar nicht oder? Ne Genau wir haben noch nicht Das Ding hier auf eine Action Group mit drauf Ich mache jetzt erstmal nur Shutdown Dass der einfach immer wieder abgeschaltet wird So müsste es passen Dieser Start ist also auch sowas wie Gamble Ja 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 Wo geht es hin? Lixl es geht einfach nur in den Kerbin Orbit Aber es ist Wir sind gerade in der Prototyping Phase Für standardisierte wiederverwendbare Hardware Und wir fliegen jetzt eine Probe Touristen Mission In den Low Kerbin Orbit Also es ist ein Kerbin mit zwei Touristen Die für eine Stunde Orbit gebucht haben Und mit denen versuchen wir jetzt das erste Mal unsere Unsere Interpretation von sowas ähnlichem wie einer Falcon Wenn man sehr in sehr großzügigen Maßstäben rechnet Ähm Ja 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 Na gucken wir mal Ich möchte es gar nicht weiter breitreden Wir probieren das jetzt einfach Und Christmas Vielen Dank Für den Follow Und ganz herzlich willkommen Bei den Körbonauten Und natürlich auch King Patte Bitte explodiert nicht auf dem Launchpad Danke Wir werden es sehen Genau Hashtag Daumen drücken Ich drücke auch jegliche Daumen die mir gerade irgendwie in den Sinn kommen Ich bin aber ganz zuversichtlich muss ich ehrlich sagen Also zumindest dass sie die die also die Kern Mission ist diese Touristen Leben zurückzubringen Da bin ich eigentlich ziemlich sicher dass das klappt So Gut sehen sie aus Gut sehen sie aus Das ist doch mal ein Space Tourist mit Stil Sehr schön Okay im allerfrühsten Morgengrauen starten wir unsere Rakete Und dann schauen wir jetzt einfach mal wie es funktioniert hätte ich gesagt Ich werde jetzt mal ein bisschen nicht in den Chat gucken Also nicht wundern ich muss mich jetzt aufs Fliegen konzentrieren Hoffen wir das Beste Los gehen Wo war Licht war ja alles gut Es fliegt So weit so schlecht So weit so schlecht Also bis hier hin schon mal gar nicht schlecht So weit Jetzt machen wir jetzt ein bisschen Truddle Back Dass uns der nicht ganz so killt Unterwegs Und lasse ihn den Gravity Turn ein bisschen machen Nicht ganz so weit Weil ich Ich Je mehr ich jetzt drehe Umso mehr muss ich die Kiste gleich zurückholen Okay Booster sind gleich raus Ich gehe auf Vollschub und Booster Step Jetzt haben wir auch schon so blöde passiert Ne Was habe ich abgeschlagen Ich habe glaube ich ein Bein abgeschliffen Ja Das hat ein Bein erwischt Da muss ich mir was überlegen Das war nicht so gut So So Okay Ein Landebein ist leider beeinträchtigt worden Von dieser Aktion Next time Okay Komm ein bisschen rum Komm ein bisschen rum Komm ein Raketchen Seine zu mir So ich Mach jetzt mal ein bisschen Trottel back Wir sind ganz gut unterwegs Ich versuche sie jetzt ein bisschen Ah, warum lenken die Dinger mit? Das hatte ich doch ausgeschaltet Meine Güte Ekelhaft Das hat uns richtig Alter wie schon gekostet Ich habe es jetzt erst bemerkt Na gut, das ist jetzt halt so So, ich pumpe das Ding jetzt noch ein bisschen hoch Damit wir einfach Zeit haben So So Wir haben jetzt eine gute 2 Minuten bis zur Apo Mal gucken, ob das funktioniert Aus damit Nächste Stage Vollschub Okay Wir verkrümeln uns Fairing kann auf Ähm Licht kann an Okay Okay Wir sind auf dem Weg Jetzt heißt es Orbit Und zwar so schnell wie möglich Damit wir gleich Die andere Rakete übernehmen können Okay Okay Soweit so gut Also bis hier hin Sieht es schon mal relativ gut aus Ich muss jetzt nur zuschauen Dass die Kiste hier in Orbit fertig brennt Dafür hat sie aber auch genug Delta V Also das ist kein Problem Die Frage ist halt nur Ob wir genug Zeit hinbekommen Um das Ding hier abzufangen Bevor Es den Wiedereintritt macht Also das Teil fliegt ja jetzt quasi auch seine Seine ballistische Flugbahn Und ich habe eine gewisse Zeit Da zu intervenieren Ich weiß noch nicht ob es reicht Ich habe noch keinen Ich habe noch keine Flugroutine damit Das ist mein Hauptproblem Wir können jetzt aber auch einfach Folgendes tun Dass wir sagen Wir pumpen das Ding hier tatsächlich noch ein bisschen höher Mir fällt gerade was ein Aber das ist jetzt so Thema Flugroutine Ich sorge jetzt einfach dafür, dass ich hier sehr viel mehr Zeit habe Sehr sehr viel mehr Zeit So Jetzt schalte ich rüber Und mache hier die Drehung Ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf Aber es ist auf jeden Fall ein Wasserstoff Also LH2 Oxygen Triebwerk So RCS an Retro Und wir gehen auf Was war es? Break oder? Ja, Break war es Okay So jetzt müssen wir einmal gucken, dass wir hier mit ihm den Retro-Break machen Wir haben sehr viel Delta V Ich würde gerne das Kerbin Space Center so halbwegs treffen Wir haben das Problem, dass uns ein Bein fehlt Das sollte uns nicht daran hindern So gut wie möglich zu arbeiten Das ist quasi jetzt der Burnback des Boosters Was hier passiert so ich versuche es jetzt ungefähr zu teilen die größe die stelle ich würde ins wasser gehen wahrscheinlich dann könnte ich so viel risiko haben so booster geht retro please so und jetzt gebe ich dem anderen teil nämlich den nächsten boost dann haben wir wieder zeit gewonnen weil wir sind jetzt bald bei der apo abs ist das ding fällt jetzt natürlich schon aber wir sind noch weit über der atmosphäre das heißt wir gehen jetzt wieder zurück hier rüber spacex geht auch relativ stark nach oben erstmal mit dem first stage booster die meiste arbeit macht so oder so die second stage so wir gehen jetzt einfach und boosten uns quasi weiter nach oben und kaufen uns wieder zeit wir hätten jetzt noch irgendwie 30 25 sekunden gehabt bis zur bis zur apo abs ist ich kaufe mir jetzt einfach wieder zeit zur apo abs ist und zahl weiter auf den orbit ein also das würde normalerweise natürlich in einem schwung passieren das heißt mein booster fällt jetzt gerade schon zu boden und ich habe ein bisschen die kontrolle jetzt mal ein bisschen abgegeben aber im großen und ganzen sieht es gut aus so wir sind auf einer höhe von noch 90 kilometern also wir können noch boosten wir können noch auf jeden fall so was von bern wie seht wir bauen jetzt hier ein beachtliches zeitfenster auf wir haben gleich ein orbit erreicht das sieht alles gut aus der booster ist immer noch auf 84 kilometer höhe sieht gut aus also die timings sehen sehr sehr gut aus aber wir sind hier gleich im orbit angekommen booster ist auf 77 kilometer höhe jetzt schiebt er die apo abs ist richtig raus wir geben ihm jetzt einfach ein paar minuten zeit zack ist noch nicht ganzen orbit aber es reicht mir erst mal so und jetzt gehen wir hier rüber und kümmern uns um die landung nice nice das timing funktioniert mit der last funktioniert das timing auf jeden fall jetzt kommen wir zu dem landungspart was mit drei beinen nicht leichter geworden ist das ding wird wahrscheinlich kippen und die idiote aber vergessen die bremsfallschirme scharf zu machen nicht gut retro und ich gebe jetzt erst mal den ersten bremsbörn wo kommen wir rein das sieht richtig gut aus als ob wir das ksc treffen würden sieht richtig richtig gut aus so toggle info altitude das ist so ein bisschen meine unterstützung im moment so jetzt kommt ein kurzer zwischenbremse um nicht zu schnell zu werden jetzt machen wir die dinger hier scharf das ist alles ein bisschen knapp aber sieht aber bisher noch gut aus so wir sind jetzt schon suborbital äh suborbital sage ich schon unter dem unter der wirklich schlimmen geschwindigkeit so ich gucke dass ich jetzt das lande hier soweit es halt noch funktioniert rausbringe mal gucken mal gucken das könnte alles schlimmer sein freunde könnte alles schlimmer sein wir haben noch zeit wir haben noch zeit suicide burn kommt leicht ist jetzt natürlich ein bisschen länger sieht okay aus sieht okay aus sieht immer noch okay aus und wir werden kippen wir werden mit großer wahrscheinlichkeit kippen aber sieht okay aus gucken ob er das halten können er steht er beginnt zu kippen aber er steht erst mal also über das lande hier müssen wir noch reden aber wir haben gerade first stage recovery absolut erfolgreich auf den ersten versuch quasi ja landung mit fallschirmen ist nicht ganz so witzig das können wir glaube ich nachher noch auch ausbauen aber man sieht es gibt noch ein paar sachen zu verfeinern wir müssen uns noch was mit den landebeinen überlegen das ist noch nicht ideal und ziel ist es natürlich die fallschirme loszuwerden das versteht das im moment ein bisschen für mich als stützräder das ist gerade mein weg dafür zu sorgen dass ich dass ich eine chance habe das zu fliegen weil ich ich verliere jedes mal sehr viel geld wenn das schief geht und das bringt mich schneller erst mal zu dem punkt wo es funktioniert ziel ist es für mich auch diese fallschirme zu entfernen deshalb sind es auch nur die bremsfallschirme und nicht die vollen fallschirme so wir haben 41.600 fans recovered und gehen jetzt quasi rüber zur tracking station und schnappen uns das andere vehicle und da mache ich jetzt ein konzept was so bei der felken noch nicht stattfindet guck mal wir haben sie knapp vor der apoaps das passt wunderbar wir sind genau an der stelle wo wir sie haben wow ist richtig richtig gut und luca vielen lieben dank für 50 bits richtig gut cool dass das funktioniert hat ich hätte nicht gedacht dass es im ersten im ersten try gleich so gut hinhaut und jetzt heißt es noch als nächstes die upper stage retten und zurückbringen mal gucken ob wir das auch hinbekommen aber eigentlich sollte das eine eher einfache geschichte werden wir zykularisieren jetzt erstmal den orbit das dürfte relativ einfach gehen so als triebwerk benutze ich hier das tunguska cryogenic rocket engine das ist hier wie gesagt mit lh2 und oxidizer also ich weiche da definitiv von der felken ab einfach weil es leichter ist wasserstoff ist halt ein sehr leichter treibstoff so leider habe ich kein ich habe kein ist aber vielleicht auch gar nicht schlecht ich habe keine massive scale launches bekommen also wahrscheinlich habe ich die 20 tonnen nicht mehr erfüllt die man mindestens dafür haben muss ich vermute es mal ja wir sind sowas von knapp unter den 20 tonnen runter ist aber nicht so wild jetzt hätten wir quasi die absolute netto ansicht was übrig bleibt wenn wir weil wir sind mit 423.000 gestartet auf dem konto wir wissen dass die mission uns 35.000 ähm uns 35.000 bringt das heißt wir können jetzt wirklich mal gucken wie viel wir netto nachher für die rakete bezahlt haben also wir können das ausrechnen von daher ist es gut hätten wir mit 40.000 bonus jetzt auch gekonnt aber verdammt du weißt was das heißt oder Musk schafft das in 6 Monaten nur weil ich das beim ersten mal direkt schaffe hier oder was na mal gucken so was wir jetzt machen ist wir setzen jetzt das raumschiff an sich erstmal aus weil das hat ja soweit erstmal funktioniert äh jetzt muss ich nur gucken wo ist mein decoupler dafür das müsste der hier sein richtig aber sehr schön das ist auch noch dieses wunderschöne interstage ding mit dem wir da arbeiten so das raumschiff an sich ist jetzt nämlich safe soweit ähm und kann irgendwo hinfliegen ist eigentlich auch völlig pupsegal so für die läuft jetzt die touristikzeit wir entfernen uns hier mal ein stück damit wir den booster nicht in die quere kommen äh hier läuft jetzt die touristik mission eigentlich die brauchen jetzt eine stunde im orbit meine ich bis die glücklich sind so die läuft jetzt wir sind über 75 km das ist ein pilot mit dabei äh Zeit läuft das heißt die lassen wir jetzt einfach glücklich im orbit sein so wie sie sind und wir switchen rüber zu dem teil da so das ist jetzt eigentlich unser teil mit dem wir arbeiten müssen das hat natürlich nur eine gewisse anzahl batterie power ähm das heißt wir haben hier jetzt was was wir uns überlegen müssen wie wir damit umgehen ähm ich würde jetzt mal einen zeitraffer rein werfen weil die idee eigentlich wäre das ding auch so nah wie möglich an körben ähm am ksc wieder zu landen also an körben sowieso ist halt der planet wo wir sind jetzt gucken wir mal ob das hinhaut mit unserem mit unserem strom das haut sehr gut hin wenn ich den ablater gelassen hätte hätte das gewicht gereicht das stimmt so und jetzt werde ich eine ziemlich harte bremsung gleich machen die idee dahinter ist jetzt nämlich eigentlich dafür zu sorgen dass wir ähm hoffentlich zack ähm sehr viel der orbit geschwindigkeit wegnehmen weil wir haben jetzt 2400 delta v so und wir sagen vor deploy auf 4000 full deploy auf 1000 copy to all the shoots so die machen wir jetzt alle scharf so die sollten alle scharf sein jawoll close dann gehen wir mit der kiste retrograd ach das versteht die kiste jetzt gerade nicht weil unser prop core natürlich genau andersrum drin ist das aber nicht so wild so also wir gehen jetzt retrograd und zünden jetzt gleich kurz vorm ksc richtig durch damit wir relativ steil runter gehen vorher machen wir schon mal die airbrakes auf weil ich möchte dass sich das teil dann genau andersrum dreht und sind auch beine dran ne das ding soll einfach so äh landen indem es sehr langsam runter kommt das wäre der plan ich hoffe dass die vier falsch schon mal tatsächlich für das gewicht ausreichen aber das ist jetzt unsere probe also es soll quasi auf dem yeatschild landen ne das ding landet genau andersrum also genau auf dem kop so jut hier wäre jetzt um einen bremspunkt denke ich let's do this so damit senken wir nämlich unsere geschwindigkeit enorm ab oh wir drehen uns wir drehen uns richtig heftig oder irgendwas passt nicht das passt hier nicht wo ist der jetzt unwuchtig das finde ich faszinierend ich ganz spannend wieso hat er jetzt so ein so ein turn gemacht ok also der kann nur der kann nicht unter volllast fliegen ich weiß nicht genau warum aber er kann es einfach nicht ist aber nicht so wild wir haben Zeit zum brennen so wir deorbiten das ding jetzt wie ne große bombe ja genau so in etwa wie ne große bombe so was wir jetzt halt machen ist wir nehmen ganz viel orbit geschwindigkeit schon mal raus damit die kiste halt nicht zu heiß wird wenn sie reinkommt weil jetzt kommen wir ja wirklich nicht aus einem suborbitalen flug zurück sondern wir kommen aus einem orbit zurück und was wir jetzt im prinzip machen ist einen suborbitalen flug draus machen von der energie die drin steckt indem wir so viel wie möglich der energie schon mal weg brennen und bremsen halt schlicht und ergreifend so ihr seht da hinten das ksc wir lassen das jetzt noch ein bisschen laufen unsere prognose sagt momentan da im meer ich würde bis hier vorne durchaus gehen und ihr seht wir kommen jetzt geschwindigkeitsmäßig schon relativ weit runter habe ich das gimbal vom triebwerk aus ne eigentlich nicht eigentlich ist das gimbal vom triebwerk an und das ist ja auch das was mich steuert mich wundert dass das ding weil es hat keine unwucht es ist ja komplett symmetrisch gebaut whatever es ist aber auch egal es ist letztlich auch egal so wie gesagt der wichtige teil ist jetzt gar nicht so sehr also ja natürlich ist es auch schön nah ans ksc zu kommen mit der ganzen nummer aber der wichtige teil ist natürlich dass wir energie rausnehmen aus der landung aus dem anflug indem wir bremsen so ihr seht wir wir fallen jetzt auch quasi aus dem himmel eine bombe ausfärbt ja ich hoffe mal dass die fallschirme uns weit genug bremsen und meine treffgenau also ich kann schon mal sagen dass ich auf jeden fall das ksc verzielen verfehlen werde so und was wir jetzt machen ist jetzt ist der antrieb aus und wir drehen die kiste genau andersrum so dass wir den antrieb vor der hohen hitze schützen beim wiedereintritt und das den hitzeschild übernehmen lassen der einfach oben drauf geflanscht ist und eigentlich sollte der antrieb halt nach vorne wollen weil er müsste das schwerste teil sein aber dadurch dass wir hinten die airbrakes haben wäre meine hoffnung dass es sie nach hinten ziehen und ihr seht wir haben so einen leichten flug am ksc vorbei da sollte also nichts passieren so wir sind jetzt in echtzeit 1500 meter pro sekunde ihr seht da kommt eine schöne schöne gelenkte bombe angeflogen aber sie hat fallschirme da kann nichts passieren also wir müssen jetzt hier im moment die bremseffekte bekommen da sind sie ablater springt ein das sieht gut aus also hitze tut seine arbeit wir werden noch schneller jetzt bremsen wir aber auch mal gucken ob wir die fallschirme safe bekommen wenn nicht fällt das ding halt in die bucht und gut ist das ist jetzt unser erster testlauf ich weiß noch nicht ob die fallschirme reichen vom gewicht her vom gewicht her aber es bremst schon mal relativ stark okay aus dem schlimmsten sind wir raus jetzt gucken wir mal was die kiste tut oder nicht tut bremst weiter bremst weiter fallschirme sind safe wir sind bei 13 kilometer das sieht sehr gut aus das könnte funktionieren SRS aus ab jetzt lasse ich sie einfach runter fallen wir können eh nichts dran ändern das ding hätte theoretisch sogar genug delta v und trust weight ratio um selber zu landen es könnte tatsächlich landen ne propulsive jetzt gucke 1,9 ich hätte gedacht dass es weiter runter geht ja wir wollen mal gucken wie weit das noch sinkt geht jetzt ganz schön schnell runter die trust weight ratio so fallschirme gehen bei 1000 meter in full deploy jetzt bin ich gespannt das ist noch ein bisschen schnell okay also das reicht noch nicht ganz das reicht noch nicht ganz mal gucken aber es könnte was überleben weil es ist eine relativ überschaubare geschwindigkeit ich will nicht gerade ob ich ihn abwerfe aber es wird nicht so viel ändern das hauptproblem ist der sprit hier drin den kriege ich nicht mehr komplett weggebrannt beziehungsweise wahrscheinlich auch das triebwerk wiegt zwei tonnen und so weiter und so fort so schauen wir mal was passiert wie die Physik Engine einfach alles aufgelöst hat aber der Probe Core hat überlebt der Probe Core hat überlebt ein voller Erfolg naja das Heatshield abwerfen bringt nicht viel da wären wir von 12,6 auf 12,4 gegangen für den ersten Versuch gar nicht so schlecht finde ich mehr Fallschirme oder tatsächlich sogar das wäre echt eine Überlegung wert ob wir das Ding nicht propulsive landen ganz ehrlich das hatte alles was es brauchte wir könnten das Heatshield sparen wir können die Fallschirme sparen das hatte alles was es brauchte um einfach um einfach auf den Triebwerken zu landen 5000 Pfands nochmal gerettet sehr schön we cover all the things so und jetzt fliegen wir ich glaube das Ding wird Powered Landing das Ding wird definitiv Powered Landing es macht einfach Sinn es zu tun wenn wir das Gewicht und das ganze Gewicht was wir sparen würde halt auch noch helfen leichter in den Orbit zu kommen wenn wir auf die Fallschirme verzichten das ist ja auch wieder Gewicht was von der Rakete abgeht richtig gut das hat schon sehr viel besser funktioniert als ich mir das ursprünglich vorgestellt hatte sehr sehr gut und jetzt bringen wir noch die Touris in einem Stück nach Hause sehr schön insgesamt sehr 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 schön so eigentlich können wir mit denen auch zur Raumstation fliegen aber ich will kein Risiko eingehen gut wie viel habt ihr denn noch auf dem Ticker 22 Minuten wollen sie noch na dann geben wir ihnen noch 22 Minuten eine Runde rum kriegen sie noch ne weil wir nicht so sind ich würde sagen wir gehen mal hier hin oh das passt auch relativ gut wenn wir sie dann deorbiten also das heißt sie sind dann eigentlich eh durch jetzt gucken wir mal wie das mit dem Electric Charge funktioniert für Low-Curban-Geschichten ja sieht gut aus sieht gut aus so die sind zufrieden das heißt wir können sie jetzt mal darauf vorbereiten nach Hause zu kommen das ist bekörbelte Raumfahrt da wird ein bisschen ein bisschen mehr Sicherheitstoleranz gearbeitet Jutti dann bringen wir sie noch ein bisschen ran und werden dann jetzt auch hier gucken dass wir eine schöne konsequente Landung machen nah am KSC und dann sollten wir hoffentlich ohne all zu großes Minus aus der Nummer rausgehen mal gucken ob es reicht um das kostenneutral zu veranstalten das wäre doch schon mal was ich glaube es wird nicht ganz reichen ein bisschen Minus werden wir haben aber dafür dass die Rakete fast 100k gekostet hat fairer Deal ich bekomme noch 35.000 und ich bekomme noch das was ich von diesem Raumschiff hier recover also wir sind noch nicht ganz durch mit der Nummer mal gucken wie viel da noch zurück kommt so sehr schön dann kann man das hier rein holen dann ich habe noch ein bisschen ein bisschen wie ist das denn ich habe noch alles in will er einfach nur geld sparen er will tatsächlich in der zukunft geld und bauzeit sparen also beides ein bisschen und dafür lasse ich mir das gerade von den touristen quasi sponsoren zu gucken wie das klappt und das geht ganz gut bisher muss ich sagen hätte alles schlimmer sein können schöner anflug aus ksc und gucken wo wir nachher rauskommen ich denke mal wir werden splashdown machen bisschen vor der küste ja nicht dass er das komplett bremst sehr gut test opfern nein so was würde ich niemals niemals meinen zahlenden kunden sagen looking good looking very good kann man noch ein paar optimierungen vornehmen aber passt für mich das einzige was mich jetzt noch ein bisschen nervt das können wir gleich noch klären dass die upper stage nicht gut zu halten war ich habe sie noch nicht angeguckt aber ich habe die bilder vom starship natürlich gesehen so alles in allem sollte das ganz gut werden also wir kommen da auf jeden fall mit deutlich unter 20.000 kosten raus aus der nummer und wir haben die komplette second stage versenkt sieht gut aus hey bäckchen na halli hallo looking good looking good looking good ich gucke gleich mal was wir noch für eine mission haben vielleicht machen wir noch einen testflug ansonsten würde ich mich nämlich mal unseren längerfristigen missionen widmen die wir so vor uns haben wir haben da demnächst noch auf dem weg nach duna was zu tun also wir müssen jetzt eh mal ein bisschen zeitlich vorwärts kommen aber ich würde mal gucken was unsere was unser mission control dazu sagt wenn wir das hier abgeschlossen haben ob sie uns noch was geben dass wir nochmal die verbesserungen testen können dann wäre ich nämlich sonst erstmal dann würde ich nämlich beide stages einspeichern das duna startfenster ist sogar schon durch meck ist die duna trope ist unterwegs die ist schon unterwegs also sechs monate in den orbit bei starship ich denke auch das ist das ist elon time halte ich für stark unrealistisch es würde mich sehr wundern zack 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 und guckt euch das an 418.000 wir haben 7000 funds nachher ausgegeben für den gesamten start ähm beziehungsweise jetzt gucken wir uns das nochmal an wir haben 35.000 missionen bekommen und wir haben laden 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 so die rakete hat uns gekostet 93k 35k sind weggegangen ich runde es jetzt einfach mal auf 95k auf dann sind wir bei ähm 60k die nach der mission noch üblich waren das heißt wir haben 55.000 beziehungsweise dann äh 53.000 äh äh 53.000 ja recovered sehr schön zack und damit haben wir das auch geklärt soo gut jetzt schauen wir mal was mission control dazu sagt pa 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 3 touristen ist das ding nicht ausgelegt drauf wir könnten zur räumstation fliegen hm ich glaube wir machen jetzt mal die mission erst mal gerade die wir haben mhm so flag on minimus orbitus orbitus vehicle space station around minimus duna prompts ja ich würde sagen wir machen jetzt mal einen zeitsprung zeitsprung rüber zu unseren können wir einmal hin wir holen uns die sachen noch mal kurz ab ähm dann machen wir einen zeitsprung zu der duna mission denk ich mal und da müssen wir jetzt die die ganzen probes mal in position bringen die duna mission glaube ich auch eine relativ spannende geschichte wenn das funktioniert ich habe da ein bisschen schiss wegen der funk verbindung muss ich sagen hm hm da habe ich ein bisschen schiss ich werde da 477 die kann man natürlich erstmal übertragen Dauernd einen kurzen Moment, oh, haben wir genug Strom in der Kiste drin? Oh, das sollte reichen. Das sollte ausreichen, dass wir da einen Strompuffer haben. Ja, ich habe das auch schon gesehen, Meckis, dass es da noch eine zweite Mission für die Duna-Station, äh, Duna-Station, so gibt es, sage ich schon, die Minmus-Station. Das wäre natürlich was, wo man sagen könnte, da könnten wir uns mal mit beschäftigen, wenn die ungefähr deckungsreich sind. Ich weiß nicht, ob wir die... Ich weiß nicht, ob wir die kosteneffizient hinbekommen, ne? Und ich habe noch nicht so richtig schöne Module. Hm. Hm. Ja, wir können uns, wir können uns Minmus-Station mal hinter die Ohren schreiben. Wir müssen sie so oder so bauen. Dann könnte man natürlich versuchen, sie mit der zweiten, mit dem zweiten Auftrag zu erledigen, weil dann haben wir ein bisschen mehr Kohle, die dabei rumkommt. Wäre eine Überlegung wert. Duna ist immer eine Reise wert. Ja, deshalb schicken wir diesmal Sonden, denen kann nicht so viel passieren. Nein, auf Duna läuft nichts schief. Deshalb habe ich auch für die drei Sonden, die ich landen muss, vier mitgenommen. Wenn man anfängt, bei Körbeln mit Redundanz zu bauen, dann weiß man, dass man Angst vor einem Planeten hat. Dumm, 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 dumm. Mal gucken. Mal gucken. So, jetzt holen wir uns erstmal hier die Wissenschaftspunkte. Da könnten wir mal schauen, ob es noch irgendwas Spannendes auf der niedrigen Ebene zu kaufen gibt. Ansonsten sind ja diese ganzen Reusability-Varianten so ein bisschen die Überlegung, dass wir damit in Zukunft dann Geld einsparen bei den Starts. 5 Tagen auf Eve gelandet. Ein wilder Ritt der Freude. So, so. So, so. Ich frage lieber nicht. Solange die Props und Reaction Wheels haben. Oh Gott, mach mich nicht schwach, wenn wir da die Reaction Wheels vergessen haben. Aber das Duna-Netzwerk, hat mir der liebe Wöller berichtet, hat ganz hervorragend funktioniert. Möchte ich nochmal erwähnen. Es hat hervorragend, das Wort ist hervorragend, funktioniert. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen Data reinpressen können. Das sieht gut aus. Das bestimmt nicht mehr. Doch, passt auch noch rein. Full. Full. 36, 24. Full. Full. Was Kleines noch? Ne, sieht nicht so aus. Okay, wir haben schön Samples noch, also das Labor wird uns noch lange Freude und Wissenschaftsdaten liefern. Das geht noch rein. Geht auch nicht mehr rein. Okay. Okay. Sehr schön, also wir haben immer noch 16 Data drin, machen hier immer noch 11 Signs per day. Das heißt, hier kommt jetzt mal, der kommt raus und wir machen einen neuen mit rein. Head Alarm. Head Alarm. Head Alarm. In 48 Tagen ist es wieder soweit. Und dann gibt es wieder frische Wissenschaftspunkte und wir gehen jetzt mal mit den jetzigen Wissenschaftspunkten gucken. Gehen jetzt mal mit einem Booster, bei dem ich mir ein Landebein abgesprengt habe. Das müssen wir echt nochmal konzeptionell überarbeiten. Jetzt gehen wir uns mal angucken, was man dafür so kaufen kann. Vielleicht große Landebeine. Irgendwas, irgendwas muss ich anders machen auf jeden Fall. Das war noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das war noch nicht der Weisheit letzter Schluss. So, Supersonic Flight führt uns halt irgendwie in den Bereich Triebwerke, bla. Okay, das schockt mich jetzt nicht so. Ansonsten haben wir hier aber alles, ne? Was haben wir hier? Large Volume Containments. Kryogenische Tanks wären natürlich für eine Kryogenische Upper Stage prinzipiell eine Sache, die irgendwie cool wäre. Könnte man drüber nachdenken. Was ist hier mit drin? Der Micro-Goo Containment Port. Inneren Clampotron, was ist das? Großes Faring. Ach nein, Solar Sail, echt jetzt? Okay, aber da muss man Ground-Based Power haben. Structural Tubes, hier geht's langsam los mit Basis-Bausachen, ne? Was haben wir hier oben? Nuclear Power sind die Reaktoren, ne? Ja, hier kommen so die ganzen Reaktoren in verschiedenen Varianten. Ist, glaube ich, jetzt noch nicht relevant, einfach weil Sack teuer, also die Reaktoren an sich. So, was haben wir hier? Advanced Actuators. Das ist irgendwie ein Mining-Ding und ne Forklift. Ich glaube, das geht in eine interessante Richtung, ist aber jetzt noch nicht unser Thema. Container, okay. Okay, ja, das ist eher so Flugzeug-Kram. Heavy Landing. Das könnte ein Thema sein. Heavy Duty Landing Leg. Ich weiß noch nicht, ob es das ist. Das könnte die Investition sein. Also, das können wir schon mal auf die, auf die wäre eine Idee wert Schiene, Schiene. Ich weiß halt, zu gerne, wie das aussieht, wenn man hört. Das ist alles Rover-Kram. Das ist gerade noch nicht so super wichtig. Das ist nett, aber nicht so super wichtig. Kapseln könnte noch ein Thema sein. Eine Vierer-Kapsel. Die Frage ist, wie groß ist die, ne? Vierer-Kapsel, wenn die 2,5 Meter hat. Super interessant. Ich glaube, tatsächlich, jetzt für unsere akut zu lösenden Probleme würde ich als erstes mal die, das Landebein-Ding holen, um zu gucken, weil wir müssen da was lösen bei den Raketen. Das ist nicht gut, wie es jetzt gerade ist. Ja, das mit dem, für die Station habe ich gesehen. Das, wir, wir holen aber eh nochmal Science-Punkte rein, gleich über die Station. Von daher wird es hier weitergehen. Ich würde jetzt mal ganz akutes Landebein-Problem versuchen zu lösen, um zu gucken, ob das eine Antwort ist. So, und wir gucken uns jetzt mal an, was die Minmus-Geschichte von uns will. Also, wir haben Orbiter Station around Minmus. Eleven Körbels, acht Uhr heilige, Viewing-Kopula, 7500 Units of Electric, oh, das ist richtig teuer. Three Pilots müssen auf der Station sein. Stability for ten seconds. Okay. Oh, und die andere ist weg. Dum dum. Three Pilots. Plus Flaggen. Boah, das ist ordentlich, das ist ordentlich. Ich gucke jetzt erstmal kurz auf die Rakete, was das mit den Landebeinen ist da. Zum Support der Körbels gehört doch auch die Forschungsstation, oder? Das verstehe ich nicht. Für Flugzeuge bin ich wirklich nicht zuständig, ehrlich nicht. Das will keiner sehen. So, ähm, Verbesserungsoption. Also, wir hätten jetzt, jetzt kommt halt die große Frage, wir hätten jetzt die Möglichkeit, mit verschiedenen Varianten von Landing-Lags rumzuarbeiten. Wo kommt das andere her? Landing. Ich hab's doch gerade gekauft. Heavy. Duty. Verdammte Axt, wie heißt das? Wo hat er das mit reingepackt? Manufacturing. Logistics. Construction. Das haben wir eigentlich schon, ein aufblasbares Storage-Modul. Das wäre gar nicht so schlecht für den... Wo hat er denn das Landebein reingebaut? Da ist es. Radio. Ich kauf das jetzt mal. Für 8K. In der Hoffnung, dass es Sinn macht. Es ist auf jeden Fall sehr groß. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Don Julio, vielen lieben Dank für sieben Monate Resub. Dankeschön. Und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. So, was, was wiegt das hier? Wir sind jetzt bei... 142 Tonnen. Das wiegt auch schon ein bisschen was. Gute Tonne. Sogar ein bisschen mehr als eine Tonne weggegangen, richtig? Ja, 1,7 Tonnen. So. Die Dinger wiegen nämlich nur... ...nur in Anführungsstrichen... Wir sparen Gewicht. Aber sie sind auch ein bisschen kurz. Verdammt. Sieht aber schon so ein bisschen stabiler aus, die ganze Geschichte, ne? Wie weit kann man das stretchen, ohne dass es total bescheuert aussieht? So, wir müssten... ...so irgendwie, ne? Oder wir schieben die andere Kiste rein. Aber so... ...so wäre es irgendwie okayisch. Wir sparen sogar noch Gewicht. Also ist das gar nicht so schlecht. Tatsächlich ist die Überlegung... ...inwiefern das Sinn machen könnte, ne? Ah, guck doch mal. Warum machen wir es denn nicht einfach so? Wir arbeiten mit einem Boat Tail. Nice. Das gibt doch optisch was her. Wir arbeiten mit dem Boat Tail. ...und gehen quasi mit den Beinen... ...bis an den Rand des Boat Tails, oder? Weil das ist ja jetzt Verkleidung... ...das ist doch jetzt Verkleidung des... ...des Engine. Die Landebeine gehören zum... ...USI-Gedöns mit dazu. Also das ist kein Stock. So, und dann hätten wir... ...einen relativ guten... ...guck mal, mit Licht und allem drum und dran... ...das sieht doch... ...das sieht doch vielversprechend aus. Und das würde... ...optisch wird es das hergeben. Dass man jetzt sagt, okay, wir haben das hier unten quasi an der Engine-Verkleidung dran. Ich würde es noch ein bisschen höher nehmen, tatsächlich. Damit wir hier sagen, wir... ...diese Verschraubung... ...kommt so hin. Guck mal, das... ...das sieht doch nach was aus... ...dass das hier so ein bisschen bündig ist. Wie jetzt können die ab? Das ist eine sehr gute Frage. Ich hoffe, die können ein bisschen was ab. Radial... ...Landalex heißen sie. Die können 3000 Kelvin ab. Das ist mehr als die anderen Landebeine. Das klingt vielversprechend. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ist das Booster-kompatibel? Das wäre jetzt die nächste Frage. What's happening? What's happening? Tobi! Tobi-Box! Tobi-Bo! Die XX sind, glaube ich, für was anderes gut. Vielen lieben Dank für drei Monate Verschraubung. Und ganz herzlich willkommen in der Bronze-Klasse. Die Holz-Klasse verlassen. So, jetzt schauen wir mal. Wenn das jetzt noch passt... Ah, die... ...die berühren sich. Ich sehe es jetzt schon. Die berühren sich. Shitty shit. Die berühren sich. Was wäre hier... Ach, das ist auch super gefährlich, ne? Das ist ein Unfall, der eigentlich vorprogrammiert ist. Aber die Dinger können wir jetzt... Es tut mir im Herzen weh, das zu sagen. Aber die Dinger können wir halt mal wegnehmen. Dann hätten wir potenziell sowas ähnliches wie... Ah, Siebatrons wären auch eine Möglichkeit. Die Frage ist, brauchen wir die Booster wirklich? Also hätten wir jetzt diese Mission geflogen, wären wir mit 1,33 Trust Rate Ratio gestartet. Die Frage, die Frage, die ich mir tatsächlich stelle, ist... Brauchen wir... ...die Booster? Es hatte alles ein Übermaß an... Ich überlege gerade tatsächlich, ob wir... ...ob wir die Booster wegspecken... ...und uns das offen halten für... ...für Situationen, in denen es wirklich nötig ist. Eigentlich brauchen wir sie nicht, ne? Das ist halt gefährlich beim Wiedereintritt, der Drag. Eigentlich, die müssen schon sein, ne? Ohne die fetzt es einfach nicht. Okay. Timing Anger? Ne, ich hatte eigentlich sehr viel Überschuss gerade. Ich muss tatsächlich sagen, ich hatte gerade sehr viel Überschuss an... So. Sagen, wir nehmen das weg. Auch wieder ein bisschen Gewicht gespart. Air Breaks. Air Breaks. So. In die andere Richtung quasi. So. Right or not right? Right. Eigentlich... Eigentlich ist es doch das. So, jetzt hätten wir noch... ...das Thema, dass die Kiste nicht mitspielen wollte. Strom haben wir. So. Wir machen uns hier noch... ...so ein paar ran. Sind jetzt halt andere, ne? ...geroll haben wir doch... Wohin doch genau das brauchen wir hier. So... Ihr sollt aus... ...wieve tonnen hattet ihr... ...payload jaja? Hmm... ...ja? ...mh... ...mh... Er war nicht ganz so hoch, aber die Booster sind ja optional anbaubar. So, jetzt muss man mal ein paar Sachen in Subassemblies verpacken. Also, das hier ist auf jeden Fall Newton-Losha Stage 9. So, der ist jetzt auch ohne Fallschirme, das heißt beim nächsten Mal probieren wir es hart. So, das ist die erste Stage, dann kommt als nächstes die Second Stage, das ist der Part hier quasi. Stage 2. So, und dann hatten wir eine Payload von knappen 10 Tonnen. Und Submarine1, vielen lieben Dank für den Resub im 12. Monat und ich glaube den Dorfdirk habe ich vorhin übersehen. Falls es dem so ist, Dorfdirk, vielen lieben Dank natürlich auch an dich für 5 Monate. Und Submarine1, du bist hochgradig qualifiziert für die Goldene Rakete. Lass mir auf Discord oder auf Twitch deine Adresse zukommen, dann gibt es die Goldene Rakete per Post zum Anfassen. Im Twitch-Chat hast du sie ja schon. So, und damit hätten wir unsere Subassemblies. Und können jetzt quasi sagen, okay wir wissen mit so ich sag mal 10 bis 15 Tonnen können wir ganz gut arbeiten. Und jetzt können wir mal überlegen, ob wir auf Basis dessen eine Raumstation auf die Kette kriegen. Im Minmus-Orbit. Das wird spannend. So. Don't save. Also, unsere Minmus-Raumstation. Hat ganz schön heftige Anforderungen finde ich. Antenna, Docking-Port und Can Generate Power. Mhm. A facility supporting at least 11 Kerbals. Das heißt, wir brauchen richtig Wohnraum. A viewing cupula on the station. 7500 units of electric charge in your station. Three pilots in the station. Das Three Pilots wird das Spannendste, die nachher da alle hinzubringen. Aber ich würde sagen, wir fangen mal vorne an. Wir sagen einfach als erstes, viewing cupula. Ja, also. Auf jeden Fall. Oder ist das, ist das eine von denen? Nee, ne? Ist das die? Oder ist die hier okay? Das müssen wir mal gucken. Ähm. Wir werden die eh jetzt modular bauen. Ich werde nicht mit dem Booster-System, was ich gerade habe, so eine riesige Station in einem Schwung hochdrücken können. Das heißt, wir können jetzt 10 bis 15 Tonnen für das erste Modul bauen. So. Das wird der Anfang der Station. Der Anfang der Station ist, ähm. Also auf jeden Fall die Viewing-Kuppula, das machen wir schon mal safe. Die hat ein bisschen Torque mit drin. Ähm. Die hat ein bisschen Habitation mit drin. Genau. Wir werden ja sehen, ob es dann grün ist und dann docken wir im Zweifelsfall Modul mit der weiteren Dings noch an. Wir werden jetzt hier direkt mal, ähm, weil wir das von Anfang an brauchen, den Strombedarf mit decken. Zack. Haben wir das auch. Obwohl, wir machen das, wir machen das ein bisschen sexy. Ich hoffe, es ist nicht zu schwer, aber wir machen das ein bisschen sexy, dass man in der Mitte diesen Gangway Tunnel hat. Passt auf. Universal Storage. Wir machen das mit einem 8 Bay Service Core, den wir auf eine Viererseite machen und der halt einen Crew Transfer Tunnel in die Mitte kriegt. Weil dann kann man sagen, ja, hier können die Körbils tatsächlich sich drinnen bewegen und wir müssen uns nicht dafür schämen, dass es so ist. So, bop, bop. So, bop, bop. Pailout Bay. Was macht Pailout Bay? Äh, wahrscheinlich gar nicht so schlecht, von Überlegungen her, weil dann könnten wir sagen wir machen da hinten die batterien rein die wir so oder so brauchen sondern haben die 2k pro stück wir brauchen 7500 units 2 4 6 und dann nehmen wir noch eine raus so können halb gehen oder jetzt schon mal 6200 wir werden ja noch andere teile anbauen die auch strom speichern können oder so weil dann hätten wir gucken und das hier ist jetzt alles zugreifbarer platz wir haben schon mal gerade 6000 strom unsichtbar verklappt wir sind bei 2,3 tonnen so und jetzt könnten wir hier verschiedene dinge noch einbauen zum beispiel so was wie live support macht total sinn dass wir das zugreifbar haben damit wir es halt damit wir es refillen können das mache ich mal in die seitentaschen rein das hat nicht so gut funktioniert so eine station soll ja auch nach was aussehen nicht nur nicht nur schnöde hässlichkeit so dann hätten wir schon mal für einen körbel 94 tage supplies so jetzt würde ich direkt mal weil eine unserer hauptaufgaben ist natürlich haufenweise happer happer zur verfügung zu stellen nicht happer happer sondern lebensraum so jetzt sind wir schon bei fünf die haben nur noch 18 tage essen da wird schon mal schwierig so sieht aber schon mal gar nicht schlecht aus ich will gerade wie was machen wir sind jetzt bei fünf tonnen 8 tonnen Pale Horse Rider, ja, ich bin seit ein paar Streams jetzt wieder auf 1080p zurück, weil es gab ein paar Leute, die haben halt auf Geräten, wie so Fire-TV-Sticks und so weiter, waren es, glaube ich. Ein Problem gehabt, wenn ich die 900p mit 60 Frames gemacht habe und keine Quality Options gekriegt habe, weil die sind mir ja nicht garantiert als Affiliate, dann ist der Screen einfach schwarz geblieben und das ist natürlich doof, ich will da keinen ausschließen, deshalb bin ich da wieder zurückgesprungen. So, dann sehen wir die Stadts auch, das Ding unten rechts schieben, weiß gar nicht, ich kann es einklappen. Ich weiß nicht, ob ich die schieben kann, noch irgendwie, kann ich die, kann ich Kerbel Engine mäßig, Settings, ne, das ist, das ist ja Kerbel Engine hier eigentlich, ne? Settings VAB Overlay Position, ja, das sieht cool aus, ich glaube, ich habe es. So, guck mal. So, sexy! So, haben wir das auch. Gut, 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 was machen wir noch? Wir können jetzt hier noch ein paar Sachen mit einbauen, die Sinn machen. Und ich glaube, hier kommt jetzt erstmal der nächste Anbauknoten ran, denke ich. Also, hier müssen wir uns jetzt Structural Part mäßig mal... Ich bin auf der Ebene immer noch so schlecht ausgerüstet wie beim letzten Mal, habe ich so das Gefühl. Nexcore mit Crew Passable, ich kaufe das mal, das könnte interessant sein. Ah, sehr schön, ja, okay, die Crew kann durch und ich kann abzweigen. Eigentlich eine gute Maßnahme, jetzt ist die Frage, das war zumindest nicht teuer, wenn es das Teil nicht ist. Jetzt ist die Frage, kann ich sinnvoll an der Stelle weiterbauen? Ich da jetzt irgendwas reinstecke, geht das dann kaputt oder so? Ach, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, ne? Was ist, wenn ich dich hier andockele? Geht das? Geht das nicht? Große Fragen. Geht das da rein oder geht das nicht da rein? Das ist die große Frage, ne? Und da ist das! Hier ist das. Vielen Dank. Connect an OctoTrust to a 2.5 meter part without letting out all the air. Connect an OctoTrust to a 3.5 meter part without letting out all the air. Connect an OctoTrust to a 3.5 meter part without letting out all the air. Connect an OctoTrust to a 4.5 meter part without letting out all the air. Connect an OctoTrust to a 3.5 meter part without letting out all the air. das ist optisch noch nicht so da kann es sein ja, aber aber das ist es, eigentlich ist es das wir brauchen etwas anderes um es aufzusetzen glaube ich das ist noch nicht so der was setze ich dazwischen als verbindungsteil, ist das der eventuell tatsächlich sogar, der passt da perfekt rein also perfekt 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 Ja, da können keine Körbels durch, genau. Das ist ja so ein bisschen die Krux an der Geschichte. Also wir sind jetzt bei 8 Tonnen. Buh 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 buh. Erstmal kurz da oben den anderen Part fertig machen. Und dann überlegen wir uns was. Das kriegen wir gelöst. Das ist ja nur ein bisschen eine Überlegungssache. So, das hier ist der gute alte Kissschrank. Der macht glaube ich richtig Sinn auf der Kiste. Äh, H8 Double. Ja, cool. Oh, das hat nicht gut funktioniert. So, dann können wir hier ein bisschen Crab drin verstauen. Nur jetzt 400 Liter. Glaube ich sehr fair. Für Werkzeug. Ich überlege gerade, was man da noch reinbauen könnte. Eigentlich können wir hier sagen, Essen. Ja, das ist... Die Antwort ist eigentlich immer Essen. Weil wir wirklich viel davon brauchen werden. 9,7 Tonnen. So, man hat da ein bisschen was zum... Ein bisschen was zum... Zum Werkzeug und so weiter reinstopfen. Und wir haben... Relativ viel Essen schon mal mit dabei. Sodass halt die Maximal-Crew ein bisschen durchhält. Genau, jetzt käme so der Part... Wie... Wie lösen wir es? 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 Ja. Wie lösen wir es? Ich hätte gern halt irgendwas... Das ist aber jetzt... Wie gesagt, das ist eigentlich eher so... Geschmackssache. Ich möchte halt diesen... Diesen Faktor nicht brechen... Dass man da durchkrauchen kann. Weil wir haben jetzt bisher eine connectete Station. Da können die Körbels hin und her kriechen. Alles ist super. Alle freuen sich. Blablabla. So, und jetzt möchte ich aber gerne eine Möglichkeit schaffen, an der Kiste anzudocken, ohne jedes Mal wieder einen riesen Terz draus zu machen, so, vielleicht machen wir es wirklich so, zack, dann können wir hier später Görder-Sachen anbauen, das ist einfach unser Ausgang jetzt, fertig, was gibt es hier noch, Insulated, Eieiei, Insulated, Classic Bear, Insulated Bear, hmm, mit Griffen, kann aber Bear sein, so. So, dann haben wir hier einen Trust-Ansatz, da können wir uns überlegen, was wir später mitmachen, oder ob wir überhaupt was mitmachen, sieht auf jeden Fall nach einem schönen Abschluss aus. Jetzt müssen wir in die Breite gehen, dann lasst uns das so machen, dass wir breitenmäßig tatsächlich an den Stellen einfach ansetzen. Ach shit, das funktioniert jetzt wieder nicht, weil Gründe, oder? Weil man aus irgendwelchen bescheuerten Gründen, oh, die Dinger da nicht ansetzen kann. Geht das mit normalen Docking-Ports? Mit normalen Docking-Ports geht's. Warum kann man die Construction-Docking-Ports da nochmal nicht ansetzen? Ist auch dumm. Äh, da gab's aber was von Ratio-Farm für... So, wir machen jetzt erstmal eine kurze Verstärkung dieses Fensterrahmens, damit wir da gleich ein Docking-Port anbauen können. So, wir machen jetzt mal ein Docking-Port anbauen können. Sehr schön, dann haben wir hier schon mal einen, und dann hätte ich gesagt, machen wir das gleich noch so, dass wir einen Radial-Attachment-Point auch noch nach hinten setzen. Einfach um das Thema komplett zu haben. Die Tür lassen wir aber. Damit man da noch rein und raus kann. So, und dann machen wir auf jeden Fall noch eine Stromerzeugung. Eine Antenne schon mal. Zack, dann kann man hier weiter anbauen. Ich überlege gerade noch... Brauchen wir noch einen Docking-Port? Ein Docking-Port, Docking-Port. Wahrscheinlich macht's Sinn, oder? Ein Docking-Docking-Port. Schön raus mit der Kohle. Raus mit der Kohle! So, lasst uns hier noch einen Docking-Docking-Port bauen, temporär. Können wir später umsetzen. Dann ist das erstmal für Raketen, die ankommen. Sehr gut, dann kann man das hier da ein bisschen zeißen. Aber dann ist das auch überhaupt kein Stress, es so rumzumachen, oder? Zack. Sehr schön. Oder wir machen's sogar mutwillig andersrum. Aber nee, dann haben wir keinen guten Abstand mehr nach da oben. Das ist okay. Dass wir uns die... Klappe da nicht ins Gesicht rammen. Ah, oder... Wir drehen das Ding so... Zack. Dass es uns so scheißegal sein kann, was da passiert. Das sieht gut aus. Huh, was für ein Rumgebastel. So, ich glaube, ich hab mir jetzt mal ein kleines Bierchen verdient. Ist ja auch schon ein bisschen später. Eines Tages wird es einfach explodieren. Auf dem Screen. Prost. So. Also. Also, wir haben ihn, glaube ich, hier fertig mit Geschenke und so, ne? Hab ich total vergessen. Das wollte ich ganz schnell mal machen. Nach zwei Stunden haben wir es jetzt geschafft. Ich hab den Knopf gedrückt. Geschenke verteilen. So, und dann machen wir es auch nicht nochmal an mit der Geschenketruhe. So. Wie gesagt, jetzt noch eine stilvolle Antenne. Und. Dann. Ein bisschen Stromerzeugung. Und dann haben wir es erstmal. Für den Anfang zumindest. So, und da wäre mein Vorschlag, dass wir sagen, Antenne. Lass uns mal gucken. Also, Antenne. Wäre vielleicht sowas Ausklappbares gar nicht schlecht. Die Frage ist tatsächlich, wo bauen wir es hin, ne? Wo bauen wir es hin? Ein schöner, großer Relay würde uns eigentlich auch gar nicht schaden. Macht aber die Aussicht kaputt, muss man den Fernseherber dazu sagen. Macht aber richtig die Aussicht kaputt. Kann aber auch. Macht halt die Aussicht kaputt, ne? Huch. Macht richtig die Aussicht kaputt. So. Jetzt machen wir damit. Okay. 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 Okay, ich bin mit der Antenne noch nicht so ganz zufrieden, mit der Antenne bin ich nicht ganz zufrieden. Dann lasst uns erstmal den Strom lösen. Wir nehmen für den Anfang ein Array mit, zwei Arrays, ein Array, zwei Arrays, ich weiß es nicht. Ein Array müsste reichen, oder? Erstmal, weil die Dinger wiegen halt auch brutal viel, obwohl so schwer scheinen sie gar nicht zu sein. 0,3 Tonnen. Na gut, sie wiegen doch nicht so brutal viel, wie ich mir eingebildet habe. So, hier hätten wir dann noch Platz. Ist ja halt genau auf der Seite, auf der wir docken wollen, ne? Schwierig. Ich verbaue halt den ganzen Platz mit anderen Sachen. Das funktioniert halt auch nicht, weil die können halt auch so drehen. Ich weiß, es geht auch nicht. Ja, ja. So könnten sie frei drehen. Sieht halt scheiße aus. Sieht halt einfach nicht gut aus. Okay, wisst ihr was? Wir machen erstmal eine Übergangssolarpanellösung. Das werde ich richtig bereuen, glaube ich. Diese Entscheidung. Richtig bereuen werde ich die. Warum verschwindet das hinter der Isolierung? Wisst ihr was? Wir nehmen zwei von den kleinen. Und ich baue die später um. So. Wir nehmen jetzt zwei von den kleinen. Damit kannst du Strom erzeugen. Fertig, Fritz. So. Das ist nicht schön. Das soll auch nicht so bleiben. Das ist jetzt einfach nur erstmal... Da ist Strom dran. Punkt. Ich werde in irgendeinen Ausleger dann noch richtigen Strom reinbauen. Da überlegen wir uns was. Under primary base. Retract primary base. So. Jetzt kommt noch das Antennenproblem auf uns zu. Antenne, Antenne, Antenne. Ich fände prinzipiell ein Relay echt reizvoll. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das hier das ist, was ich bauen will. Ehrlich gesagt. Aber es schadet halt nicht, ne? Kriegen wir ins Fairing rein. 15G. Gibt guten Fernseheempfang. Ja, das DTS-M1 ist halt keine keine Relay-Antenne. Deshalb will ich... Ich will ein Relay haben. Das bietet sich einfach an, mit so einer Station ein Relay reinzulegen. Wenn die eh im Minimus-Orbit rumdödelt. Ja, ich glaube, wir nehmen das so. Das ist okay. So, und jetzt müssen wir ja auch erst mal aufhören. Wir haben jetzt gute 10 Tonnen beisammen. Sonst müssen wir mal schauen. Dass wir das Ding halt auch platziert bekommen, ne? So, hab ich... Ich hab S.R.S. Ich hab kein... Äh, es wurde ein Name redeemed, wenn ich das richtig sehe. Damon, was hast du dir denn so ausgedacht als Name? Oder? Das ist auch Damon. Und vor allem vielen Dank für die 150 Bits. Äußere dich mal. Die Rakete darfst du gerne benennen. Brauchst dir gar nicht träumen lassen, dass du die ganze Raumstation benennen darfst. Aber die Rakete gerne. So. Da, da, da. Hier könnte man tatsächlich einen echten Docking-Port ranbauen, ne? Das wäre eigentlich sogar von Hübschigkeit her wäre es eigentlich der schönere Part das hier hinzubauen. Dann so aufzumachen. Oh, schön. Wunderschön. Der fette Böller. Das muss der Damon sagen. Der hat, der hat da was für eingesetzt, meine ich. Der hat redeemed. Ja, ich glaube, das ist okay. Dann haben wir hier auch ein bisschen Platz. Können wir die Antenne vielleicht auch ein bisschen runterziehen. Ja, ich glaube. Ich glaube, das ist okay. Jut. Für den ersten Schlag. Eleven Kerbals kriegen wir noch nicht rein. Fueling-Kopula ist dran. Electric Charge ist noch nicht ganz voll. Free Pallets in der Station noch nicht. Stability, bla 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 bla. Jetzt müssen wir das Ding nach Hause bringen. So. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob das beim Redeemed dabei steht. Damon, falls du noch irgendwie aktiv bist, sagen wir Bescheid. Ach shit, den kann ich da nicht ran machen, weil ich die Verbindung nicht hinbekomme. Da kriege ich jetzt kein die Kappler dran. Ja, 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 ja. So. Machen wir hier einen echten Docking-Port dran. Aber dann ist das so wobbelig, ne? Oder lassen wir es einfach als Tür. Ich meine, im Prinzip... Ja, wir machen das so. Das finde ich schön. Schön die Aussicht verderben. So. Okay. Soweit. So schick. Jetzt nehmen wir mal unsere Stages. Guck mal, jetzt kommt der spannende Part, wo man sich eigentlich die Arbeit spart. Sagen können, hier zack. Delete Faring. Jetzt müssen wir nochmal gucken, ob wir damit tatsächlich bis... Oh, bis nach Minmus raus, ne? Das wird, glaube ich, schwierig. Eventuell ist da Reusability gar kein Thema. Hm. Damien, sehr schön. Ich fragte gerade, dein Redeem ist durchgekommen, aber ich fragte dich gerade, wie soll die Rakete denn heißen? Also ja, ich hab das mitbekommen und ich hab dich gerade gefragt, wie sie heißen soll, die gute Rakete. Brauchen wir vielleicht noch eine Zwischenstage, die das abliefert? Was Leichtes, Kleines? Nix, nix wildes, was ganz, was ganz smoothes, was das Ding raus transportiert. So, jetzt die Frage. Wir brauchen ungefähr, was brauchen wir? Wir brauchen nach Minmus raus, ein Tau-Sie mit Einbremsen, 1200 Delta V. und siehe da, es waren 28 Tonnen. Autsch, Autsch, Autsch. Dawn Station, bitte. Alles klar. Mal gucken, ob ich das für die Raumstation bestehen lasse, aber wir sehen so, äh. Kriegen wir das damit hin? 1900. Okay, wir könnten weniger machen. Wir können weniger machen, wir können weniger machen, wir können weniger machen. Äh. Ist das der richtige Adapter? Hier kann ich aber das View nicht ändern. Shit. Okay. kleinerer Tank. Komm schon, komm schon. Okay, wenn wir ihm einen kleinen Kick mitgeben, könnte das funktionieren. Aber jemand muss das Ding fliegen, sehe ich gerade. Müssten also so oder so einen Piloten reinsetzen. Ah. Reicht mir das oder wird mir das zu knapp? Das Problem ist halt, wir sind jetzt schon bei 14. 16,2 Tonnen. Das könnte reichen. Muss aber halt nicht, ne? Okay. Probieren wir es. Damit müssen wir eigentlich hinkommen. meine Station kann aber dem Probe Core nicht schaden, oder? Hm. Ja. Könnte man machen, dem Probe Core tatsächlich. Dann müssen wir uns damit nicht beschäftigen. Machen wir hier in so ein Gitterding raus. Genau. Dann machen wir es so in den Probe Core rein. So. Dann können wir wieder Essen rein. Alles gut. Hm? Hä? Ah, weil die sich dahinter schieben. Na gut. Oder halt nicht. Schön, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Dann eher nach oben, hätte ich gesagt. Ne, nach oben ist blöd wegen Docking. So, passt das jetzt? Deploy. Gute Nacht, Brady. Auch Blödsinn, weil die Dinger schieben sich ja nur bis hier. Naja. Witzig, dass sie neben nicht gestört hat. Da war ja die Antenne auch schon dran. Aber lieber jetzt als später. So. Haben wir das, haben wir das, haben wir das. Dann kommt das Ferry drumherum. Das straten wir mal lieber. Also wir sind jetzt bei einer Payload von 16 Tonnen. Das ist... Aber das ist schon arg grenzwertig. Mal gucken, ob das noch funktioniert. Aber wir werden sehen. So, das strutte ich einmal. Einfach um sicher zu gehen. Dass hier nichts Dummes passiert. Weil wir stehen hier sonst auf einer sehr kleinen Verbindung. Das ist mir ein bisschen zu risikohaftig. Zu risikobehaftet. Zu risikohaltig. Aber nicht zu risikohaftig. Oh mein Gott. So, ich hoffe mal, dass wir mit der Nummer durchkommen. Ah, nicht ganz. Ganz kleines bisschen mehr. Was los? Komm schon. Hä? So wäre wir verschätzt. So. Gut, haben wir das. Upper Stage steht. Oh, oh, oh. Ich bin gespannt. Wie das so alles ausgeht. So. Und dann brauchen wir die Stage One. Die ist auch schon umgebaut, meine ich. Oder? Ja, die ist umgebaut. Ist auf Jill das Landing-Dings drauf? Nö. Okay. Im Prinzip bräuchten wir auf dem Ding auch noch Landebeine, ne? Und auch nicht so ganz hin. Verdammt. Verdammt. Nochmal eine Tonne für die Dinger, ey. Was habt ihr für welche? Die kosten auch mehr so viel. Radio. Blablabla. Radio. Und... Da ist es. Oh, ja. Okay. Auf. noch mal das beste so, das wird schon spannend das Ding überhaupt zu fliehen zack, 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 Toggel-Stabilizer so, jetzt müssen wir noch mal gucken hat das Ganze eigentlich genug Trust-Wade also, es hat 1,2 Mr. Penguin King, vielen lieben Dank für 500 Bits Dankeschön Danke, danke, danke also, es hat eigentlich genug, um zu starten ich überlege gerade, ob ich ein Schisser bin bin ich ein Schisser oder bin ich kein Schisser ist halt ein teures Modul, ne ich bin ein Schisser, habe ich gerade beschlossen wir bauen da noch Booster ran einfach, um sicher zu gehen wir bauen da noch Booster ran nicht 4, aber 2 wir nehmen die großen Teile und statten die dann mit Sepertrons aus, damit es die wegdrückt das ist, denke ich, der sicherste Weg, damit jetzt umzugehen damit kriegen wir unseren Boost und wir kriegen die aber auch weggedrückt in dem Moment, wo wir sie sappen das macht mir ein bisschen Sorgen das macht mir ein bisschen Sorgen, ob ich die Triebwerke abschlage damit Ehrlich gesagt Eieiei, das muss man schauen das funktioniert das wird jetzt ein bisschen ein bisschen Risikospiel aber da wir unbekörbelt fliegen eine Variante, die man mal riskieren kann dann gehst du nicht weiter runter so gut, damit haben wir erstmal ganz gut Boost am Anfang so, jetzt alles nochmal in Ordnung bringen also das ist die First Stage dann kommen zwei Booster dazu und dann werden wir diese zwei Booster zusammen mit den anderen Vögeln abwerfen die Rakete gleich explodiert ist der Name dann futsch ja, im Prinzip ja aber wir hoffen natürlich alle, dass es nicht so ist ein bisschen Gamble ist immer mit dabei ein bisschen Gamble ist immer mit dabei ich übernehme hier keinerlei Regressansprüche für irgendwelche Raketen so 1,53 auf Sea Level das ist okay bla 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 dann kommen die weg dann haben wir immer noch 1900 bla 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 1,2,3 viel Puffer mit dabei alles gut okay Freunde lasst es uns probieren Körbels evakuieren wir wollen noch keinen mitnehmen das wird eine reine eine reine unbekörbelte Mission Schauen wir mal wie viel Geld wir mit der Aktion sparen können oder ob wir mit der Aktion richtig viel Geld bezahlen dann finden wir es raus 122 diesmal müssten wir aber die den Massive Scale Launches Bonus bekommen hoffe ich zumindest das heißt wir hätten eine hohe Chance das für relativ kleines Geld zu starten hoffe ich zumindest mal sehen mal sehen da passieren jetzt so viele Dinge gleichzeitig please don't explode on the launchpad trau mich gar nicht hinzugucken oh die Dinger müssten wir vielleicht noch auto strutten ist jetzt ein bisschen spät sie gerade zu ziehen naja shitty shit es ist wie es ist also ich hoffe ich verglühe da habe ich die Haupttrikke hoffen wir das Beste SS an Quaker vielen Dank für die Bits und los geht's würde ich sagen oh Gott oh Gott es fliegt schon mal 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 so unterwegs ist die Kiste auf jeden Fall ok, Moostersept in wenigen Sekunden das kommt jetzt ein bisschen der kritische Part muss ich sagen ich hoffe uns zerhaut es in Helles jetzt geht es los ok, wir sind die Booster losgeworden, um uns umzubringen jetzt kommen die Anfänge des Gravity Turns ich versuche uns ein bisschen Zeit zu verschaffen jetzt, bevor wir gleich den Booster ausklinken und zum Rückflug vorbereiten so ich gebe uns jetzt nochmal einen kurzen Schub das wird hoffentlich reichen so, Sepp weiter geht's jetzt runter mit der Nase und weg mit dem Ferry so, wir versuchen jetzt so viel wie möglich noch an Zeit zu gewinnen so, damit wir ein paar Sachen später nicht vergessen machen wir sie einfach jetzt schon mal so, der Booster fliegt auf Richtung Apoapsis noch zu das heißt, wir haben noch Zeit die nehmen wir uns auch bis hierhin die hartkritische Phase ist glaube ich vorbei jetzt kommt es ein bisschen auf die Timings an und natürlich ist die Landung diesmal ohne Fallschirme das ist alles ein bisschen experimenteller aber ich glaube, die hartkritische Phase ist durch wichtige Part ist jetzt uns hier ein bisschen Zeit zu kaufen bevor ich auf die andere Stage zurück muss wir haben noch ein bisschen Zeit aber es wird knapp mit dem Treibstoff, muss ich sagen ich bin gespannt ich bin mir nicht sicher, ob es schon ein guter Zeitpunkt ist es kommt mir ein bisschen zu knapp vor so, noch ein bisschen an Höhe nehmen aber dann muss ich jetzt gleich zur Probe rüber okay, kurz zur Probe ich mache jetzt quasi den Boost Back das wird knapp, das wird richtig knapp mal sehen so, 1800 Delta V, das könnte hinhauen wichtiger Part ist, wir müssen jetzt schnell den Boost Back Burn machen damit wir damit wir zurück zum anderen Raumschiff kommen wir verlieren nämlich schon hier an Höhe wir haben aber genug Delta V gerade ich gebe ihm sogar noch ein bisschen Höhe mit damit wir uns Zeit erkaufen damit wir uns Zeit erkaufen damit wir uns Zeit erkaufen okay, meiner Meinung nach ausreichend hoffen wir das Beste hoffen wir das Beste ihr seht, wir haben nicht mehr so viel Zeit auf dem Tacho bevor wir wir fallen jetzt quasi gleich zurück aber ich kann mir Zeit kaufen mit einem 30 Grad Pitch vielleicht sogar mit einem 25 Grad Pitch äh, knapp ich nehme 30 Grad Pitch weil jetzt ist gerade wichtig dass ich ein bisschen Zeit aufaddiert bekomme 82 Kilometer vielleicht verzichte ich auf eine Rückführung der Second Stage wenn es sein muss ist das dann halt so knappe Nummer ich brauche noch ein bisschen Zeit okay, jetzt zieht er gut durch gib mir, gib mir, gib mir, komm gib mir eine Minute es ist die Main Mission, die muss klappen deshalb burn ich den jetzt auf eine Minute hoch dann schalten wir um okay Switch 2 ich hoffe, ich hoffe, den Booster hat es noch nicht zu sehr umgedreht komm schon, komm schon, komm schon sei noch nicht zu verhunzt ich weiß auch nicht, ob wir aufs Land kommen oder aufs Meer ich habe keine Ahnung wir werden es sehen das ist jetzt sehr, sehr spät retrograde, retrograde, retrograde okay, es ist alles alles sauber deployed kommt ziemlich schnell runter und wir sind, glaube ich, noch auf dem Wasser, wenn ich das richtig sehe ja, ich denke, wir werden ins Wasser mal gucken mal gucken mal gucken es wird Land es wird Land drückt die Daumen das kann jetzt funktionieren, muss aber nicht noch ein bisschen Puffer noch ein bisschen viel Puffer noch ein bisschen viel Puffer ein bisschen schnell rein, aber vielleicht reicht's bleibt das stehen check gelandet okay ohne Fallschirmel, Freunde, ohne Fallschirmel, first try und jetzt müssen wir die Kiste noch geboostet bekommen eventuell verlieren wir die Second Stage ich weiß es noch nicht komm schon switch du Digga, das kann nicht dein Ernst sein wir bewegen uns ne das ist nicht wahr weil wir rutschen ach, das ist doch ich muss sie jetzt kippen lassen aus also ich muss sie kippen lassen, weil ich sonst die Mission verliere super ärgerlich, aber ist egal ja fuck ah, sie hat gerutscht okay, jetzt die andere noch jetzt die andere noch leckumio, mit Pulsuhr wäre gerade nicht so gesund das ist kein guter Puls gerade okay, wir sind schon ein bisschen am sinken, aber noch nix wild ist so und ich brauche auch nicht mehr viel in Richtung Orbit ich werde die Kiste jetzt runter brennen auf 300 Delta V dann mache ich den Rest mit dem nächsten Triebwerk ah, vielleicht gehe ich auch weiter auf 200 Delta V ich brauche Zeit ich hoffe, dass das noch reicht dann wir werden es probieren so okay und weiter geht's also ich schiebe mich jetzt erstmal mit dem Rest Sprit in den Orbit hoch und dann gucken wir mal wie wir das Baby nach Minus bringen so, reicht hat wieder keine Kohle gegeben, verdammte Axt okay okay wo ist er? hä? ja komm, muss ich jetzt hier jedes Teil der Einzelnen durchschalten äh, was ist das? das bist du hervorragend sehr schön schön, dass wir das klären konnten RCS ich versuche uns jetzt mal monopropellant in Orbit zu schieben weil das muss ich eh loswerden ähm je mehr ich davon jetzt verbrenne, umso besser wird's nachher mit der Landung sieht gut aus, muss ich sagen, vom Sprit her ähm ähm das kann klappen mit einer Landung das kann klappen ist ein bisschen knapp, also ich hab ein bisschen ein bisschen überreizt, muss ich sagen, mit der äh mit der mit der Payload ich hätte ein, zwei Tonnen weniger nehmen sollen das war ein bisschen viel gewollt und jetzt gebe ich ihm einen kurzen Schubs und safe ok Mixim vielen lieben Dank für deinen Sub ganz herzlich willkommen nochmal und viel Spaß natürlich mit deinen Kerbel Emojis und Antrags vielen lieben Dank für den Resub 24 Monate du kennst den Drill meld dich gerne wegen deinem Kerbel Badge um es euch nochmal schmackhaft zu machen 24 Monats Badge so ähm jetzt aber zum Ernst des Lebens also, das eine Ding fliegt, das andere Ding fliegt auch wir können uns jetzt ich würde jetzt als erstes mal mich um diese Stage kümmern und im Versuch sie noch zu landen bevor wir mit der anderen Stage Richtung Minmus aufbrechen Freunde, wenn wir das auch noch hinbekommen das wäre so genial das wäre so, so genial wenn das noch klappt ich hoffe es sehr ich hoffe es wirklich sehr ähm wir müssen jetzt Minmus Minmus sag ich schon wir müssen jetzt das KSC so 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 anpeilen ich kann diesmal nicht ganz so hart burn wie beim letzten Mal das heißt ich werde jetzt ein bisschen ein bisschen mit allen Tricks arbeiten die mir die mir gegeben sind in der Hoffnung so gut wie möglich das KSC zu treffen und beim Wiedereintritt nicht zu verblühen das sind ja so zwei Sachen die ich hin faken muss mit extrem wenig Treibstoff wieso muss die Second Stage in Orbit weil ich zum KSC zurück will je näher ich am KSC lande umso mehr Kohle kriege ich zurück also das war die Überlebung mit dem Orbit die muss rein technisch gesehen nicht in den Orbit ähm aber wenn ich näher am KSC lande ähm kriege ich mehr von den Teilen zurück und deshalb macht es halt Sinn sie in den Orbit zu bringen und ähm dann zu versuchen sie so nah wie möglich am KSC zu landen bisschen aufpassen dass ich nicht irgendwie ist das die Station wahrscheinlich ne ja ok ne da haben wir genug Abstand 36 Kilometer alles gut ok also was ich jetzt mache ist zum einen natürlich mit dem Monopropylant ein Stück weit bremsen schonmal und mein Gewicht nochmal reduzieren ich gehe jetzt mal auf 10 runter damit wir den Rest nochmal haben um mich zu stabilisieren so und jetzt hätte ich gesagt ich hoffe das reicht wir kommen diesmal ein bisschen flacher rein wir haben Air Breaks es ist jetzt auch ein bisschen eine Lernphase also ich bin jetzt über der Wüste über Anfang Wüste Wüstengebirge und habe jetzt angepeilt ah ich kann noch ein bisschen kürzer gehen ne wie viel habe ich noch 500 und ein bisschen das wird knapp das wird richtig knapp das zu bremsen aus 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 uh das war zu viel ist aber ok so komme ich auf jeden Fall zu kurz ist wahrscheinlich sogar die beste Entscheidung so wir haben 481 Delta V bei einer Trust Rate Rate 5,16 das wird sich alles noch ein bisschen ändern schauen wir mal machen wir das Beste draus wird spannend wird spannend das Ding zu landen das habe ich so noch gar nicht versucht ok ok let's rock and roll 2000 Meter pro Sekunde das wird eine heiße Angelegenheit ich hoffe wir verglühen nicht ich versuche mit dem ACS Fuel ein bisschen gegen zu bremsen um so viel thermische Last wie möglich von den von den Airbraids runter zu nehmen boah die sind hart am Limit ne die sind richtig am kotzen die Dinge aber es entspannt sich ok wir sind durch wir sind durch Peak Heat durch ok wir kommen hitzemäßig durch ok wir kommen sogar noch vor dem Gebirge runter das ist gut ok ok now comes the fun part Beine sind raus Schauen wir mal ob es reicht also ich brauche Suicide Burn mäßig 480 in der Kalkulation sinkt natürlich noch das Problem ist gleichzeitig sinkt hier aber auch meine Effizienz weil mit jedem Meter den ich jetzt tiefer gehe mein Triebwerk mehr und mehr an Leistung einbüßt die Frage ist insgesamt wie wird es sich ausgehen in der Mitte dann also werden wir mehr zum bremsen brauchen bisher sieht es gut für uns aus das Problem ist das das Suicide Burn Delta V wird sich gleich stabilisieren und wir landen am Stadtrand nett so wir haben auch nur noch eine 2,0er Trust Rate ich bin gespannt was passiert wird knapp auf jeden Fall los geht's verdammt hat nicht gut hingehauen oh das wird richtig knapp ich hoffe die Beine können ein bisschen was ab aus richtig gut dafür dass es so knapp war richtig richtig gut dafür dass wir gerade aus dem Orbit kommen wir haben zwar das Triebwerk zerstört aber richtig großer Teil der Rakete hat überlebt sehr schön also ich werte das als Erfolg sehr cool sehr sehr cool deutlich besser als erwartet die Kalkulationen sind halt immer ein bisschen schwierig mit dem Kerbel Engine also ich kann auch mit dem Triebwerk noch deutlich später bremsen dann passiert mir das nicht mit dem überreizen sehr cool also wir haben zwei Stages Recovered die andere muss ich jetzt gleich noch Recoveren genau wir haben ein paar Wohnhäuser abgerissen äh einen kleinen Flip gemacht ganz Kerbel-like so jetzt muss ich noch den Hauptbooster zurückholen der liegt da hinten irgendwo in der Gegend rum da so Recover zack und das gibt auch nochmal 42.000 zurück yeah Kohle wie bin ich da jetzt hingekommen? naja jetzt habe ich ihn gerade gestartet ne da gibt er mir die Station wieder jetzt hat er sich auch wieder dagegen entschieden na gut äh wir wollten das eh gar nicht sehen wir gehen jetzt unsere Mimus Station noch dahin fliegen wo sie hin sollen ich hoffe zumindest da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen denn äh das wollte ich nicht achso ihr hattet vorhin hingewintert ne das habe ich völlig ignoriert ähm naja hingewintert weiß ich nicht jetzt muss man noch gucken dass wir die Kiste natürlich bis nach Mimus rausgeschoben bekommen refueling boah ich glaube nicht zwingend weil es uns letzten Endes egal sein kann wir können relativ entspannt dahin fliegen ich muss nur irgendwie in den Orbit kommen ach zum dritten Mal wir sind schon mal im dritten ok wie ist das denn passiert ich habe nicht mitgezählt heute ich habe nicht gut mitgezählt so we need a way to Mimus und das am besten ohne ohne ein Dings zu machen ohne ein ach wir gehen mal noch eine Runde rum so und dann wäre der Vorschlag dass wir hier unser Manöver machen ich glaube allerdings dass wir noch ein bisschen früh dran sind und der Mond uns hasst der Moon hasst uns richtig ok ist gerade ein ganz schlechter Zeitpunkt scheinbar um nach Mimus zu fliegen Mimus wird gerade vom Moon verteidigt ja gerade nicht ok haben wir verstanden wir wollten eh noch ein bisschen warten cool thank you so wir lassen den Moon hier mal noch eine Runde drehen also soweit so schlecht haben wir die Station ja im Orbit was hätte sie denn gewogen oder was hat sie denn gewogen noch 16,54 Tonnen na gut das stimmt das wussten wir auch vorher wie gesagt ich fliege auf dem Ascending Node oder mein Plan ist auf dem Ascending Node zu fliegen um mir die Inklination zu sparen das ist so der Trick den ich anwenden will die Frage ist wir müssen schon noch ein bisschen warten ne vor allem der blöde Moon muss da vorbei ich glaube ich guck jetzt noch einmal aber dann würde ich ins Kerbel Space Center gehen um ein bisschen die Zeit vorzuspulen wir treffen da den Moon aber sowas von der frisst uns halt ne ja obwohl da war was dabei was nicht so schlecht aussah für einen kurzen Moment ja vielleicht das ist nicht das ist nicht der Mond äh ist ja noch nicht wir gehen kurz ins Space Center Zeitriffe ein bisschen weil hier oben dauert das zu lange hinter moon korrigieren will ich nicht das ist mir ein bisschen zu unsicher ich will vorkalkulieren wie viel delta v ich verbrauche damit ich mich nicht auf irgendwelche zwischenmanöver verlassen muss ich bin relativ knapp im delta vbg ich will einmal den kompletten flug durch planen können das ist mir das ist mir sonst zu unsicher weil das peinlich wäre wenn ich jetzt noch die payload verlieren und es sind vielen dank für die 100 bits dankeschön ja die landung hat relativ gut funktioniert also was man schon mal sagen kann 16 16 tonnen war vielleicht ein stück überreizt ich glaube tatsächlich bis 15 tonnen dürfte es ganz gut funktionieren ja der moon ist auch gleich noch da aber ich brauche erstmal ein bisschen bisschen zeit so weil dann treffe ich die kiste auch besser weil der winkel zum ascending node war auch echt scheiße leider habe ich das böse es wort gesagt oder vielleicht habe ich gerade das böse es wort gesagt hat auf jeden fall relativ gut geklappt und wie gesagt das nächste mal vielleicht sollte man gucken dass das nächste bauteil nur 15 tonnen hat einfach um sicher zu gehen ich glaube damit geht es noch ein bisschen smoother aber ansonsten lief das eigentlich echt gut schade war ein bisschen dass wir diesen effekt hatten dass die kiste den hang runter gerutscht ist so ein bisschen das war ärgerlich muss man einfach so sagen so und jetzt schauen wir mal hier sollten wir jetzt eigentlich guten hin hin hinflug hinbekommen ohne dass uns irgendjemand im weg rumgerückt da wäre der moon auch schon wieder gewesen einfach nur weil es kann so wo ist er er ist da hervorragend so 895 delta wie das passt noch einen kleinen catch und dann ist alles gut sehr schön ok dann auf geht's fliegen wir das baby nach hause ja letzte woche war eine okische landung da haben wir die triebwerke das erste mal recoveren können heute haben wir zum einen die stützräder abgebaut also ich bin jetzt gerade eben ohne fallschirme geflogen das hatten wir letzte woche noch dran also ohne stützräder gestandene landung mit dem first stage booster und der second stage auch noch wobei die second stage mir ein bisschen verreckt ist kurz vorher aber good enough sagen wir mal good enough trifft es ganz gut so 2 1 und los geht die wilde fahrt in richtung minmus mit der station so jetzt können wir auch mal gucken was er alles wertet viewing cupola zählt sehr schön die viewing cupola zählt ja und schön ist dass das mit der second stage tatsächlich auch funktioniert die mit relativ wenig aufwand zurück zu holen da muss ich ein bisschen mehr puffer einfach lassen beim nächsten mal und vielleicht hilft es da auch zu sagen ich nehme weniger monoprop mit ich überlege tatsächlich ob wir das noch mal anpassen einfach um gewicht zu sparen auch bei der landung also kleinere monoprop tanze weniger monoprop land nur zwei statt vier düsen einfach um die kiste noch mal so leicht wie möglich zu machen und sie davon zu befreien dass sie sich mit so viel gewicht darunter winden muss und sparen aufstieg natürlich auch wieder delta wie also da jetzt einfach noch die letzten optimierungen quasi anzulegen um da hinzukommen dass die kiste wirklich richtig effizient fliegt weil jetzt jetzt karven wir so nach und nach die delta wie runter und dann mal schauen da fehlt das science lab nee das fehlt nicht meine science station ist im im kürben orbit die kann da auch gerne bleiben die ist rein für den auftrag gedacht und soll später mal den zweck erfüllen treibstoff umzuschlagen eine wissenschaftsstation werde ich an minmus diesmal nicht aufbauen weil sich das einfach nicht lohnt ich kann die science auch einfach in den kürben orbit zurückbringen da muss ich nachher immer eh hin damit meine körbits wieder nach hause kommen da kann ich einmal kurz im orbit einpacken und die sachen abliefern zumal ich da jetzt noch science für die nächsten hunderte tage liegen habe das ding ist bis oberkante unterkiefer vollgekloppt mit science also von daher bin ich da eh noch safe so jetzt schauen wir mal das sieht gut aus da bleiben noch ungefähr 500 delta wie übrig ungefähr ach shit das monoprop hätte ich rausnehmen können noch my bad wir haben auch jetzt erst gerade drauf gekommen da vielleicht mal nachzugucken ob das monoprop hat hat es verblüffend es hat monoprop wer hätte das gedacht so und dann machen wir da eine geringfügige mit course correction hoffentlich also irgendwas im 10 bis maximal 20 delta wie bereich hätte ich vermutet und dann bremsen wir uns in den orbit ein das sollte uns laut meiner karte so maximal 200 kosten mal sehen mal sehen ja das stimmt die braucht elf körbels wir haben aber aber schon einen großteil davon zusammen muss man sagen also hier oben passt einer rein hier passen vier rein hier passen vier rein also wir sind schon bei neun das heißt ein weiteres modul muss nur noch mal zwei sitzplätze haben da können wir uns was überlegen wie wir das lösen also wir müssen nur noch zwei sitzplätze tatsächlich an die station bringen damit sie diese diese auflage erfüllt hat und ein bisschen strom also wir haben jetzt irgendwie 6.000 einheiten 7.500 villa ich glaube wir haben 6.200 meine ich ja 6.210 also es ist alles in einem sehr zivilen bereich so schauen wir mal also wie vermutet bleiben uns so gute 500 delta wie übrig ok encounter reicht mir abgehakt mit course correction manöver zack zack focus view guter anflug achso doch relativ weit unten aber es ist tatsächlich gar nicht so schlecht 260 kilometer ich hätte jetzt mit schlimmeren gerechnet wir sind also relativ safe unterwegs was das angeht dann brauchen wir noch viel weniger zum korrigieren also ich würde hier eine 50 kilometer umlaufbahn glaube ich einschwenken oder 40 oder so 50 wäre schon schön so kostet uns zwei delta wie oder zwei meter pro sekunde delta wie so dann können wir jetzt eigentlich ans nächste manöver ran warpen ähm der genaue unterschied zwischen relay antennen und den anderen die anderen können nur direkte verbindungen aufbauen also na zum ksc oder zu einem anderen relay satelliten eine relay antenne ist meistens größer meistens teurer die dinger sind ein bisschen sperriger ähm kann aber verbindungen weiterleiten ähm also du kannst quasi von einem anderen satelliten oder raumschiff das signal aufnehmen verstärken und weiterschicken dafür sind relay antennen gut ja so und jetzt haben wir hier unser manöver gleich so und ich glaube wir werden das triebwerk mal ein bisschen limitieren damit wir das feinfühlig fliegen können so 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 kurz moment noch dann können wir unseren burn vorbereiten oder den durchführen sehr schön dann haben wir schon mal den ersten part am start von der minimus station so dann haben wir das nächste manöver in neun tagen und das kostet uns jetzt wahrscheinlich nochmal so um die 200 delta wie vermutlich um einzubremsen relativ gut geraten 167 war nur sehr gut da haben wir doch da haben wir doch eine schöne reserve sogar noch und können uns sogar noch in den äquatorial orbit rein bugsieren so wird ein retrograd orbit delta wie zum bremsen sparen mit einem swing bei ja rein für den orbit wahrscheinlich nicht du hast auch das problem dass du dann immer mehr delta wie verbrauch beim starten letzten endes jetzt mal ganz tacheles gesprochen an minimus kannst du machen was du willst wenn du damit fünf delta wie noch ankommst kannst du noch 17 mal landen und wieder starten das ist halt einfach bei dem planeten mit einer schwerkraft die quasi nicht vorhanden ist einfach oder mond das ist ja kein planet aber bei dem mond ich mache jetzt mal nicht noch parallel eine zweite mission starte die schon sondern ich mache es jetzt sequenziell einfach damit wir ein bisschen zeit auch runterspulen es ist halt einfach an an minimus so herzlich egal weil du quasi mit dem jetpack landen kannst das interessiert einfach nicht das ist nicht wichtig so and now comes the bremsung sehr schön die anfang unserer minimus station unter borschen vielen dank für den resub zweiter monat ist voll dankeschön er sagt jetzt die burn time irgendwie sechs minuten das hat natürlich wahrscheinlich was damit zu tun dass ich mein triebwerk noch stark limitiert habe da können wir jetzt mal an zeit raffern und da schrieb es auch schon der erste ja alles gut aber ist mir auch noch relativ schnell wieder eingefallen wo ist ja noch nicht so lange her so genau das jetzt ziemlich exakt retrograd und dann gucken wir gleich noch dass wir den rest treibstoffen nutzen um uns äquatorial einzuparken dass wir das sauber haben und damit haben wir auch schon ein schönes relay mal wieder im minmus orbit platziert weiteres das hilft auch eins mit auch relativ guter leistung 15 g ist glaube ich schon mal eine ansage vor allen dingen können wir später noch weitere relay antennen an die ausleger bringen oder so dann haben wir hier schon mal ein ziemlich gutes deep space relay körper aus dem orbit mit jetpack landen müsste theoretisch funktionieren ich meine im jetpack sind 200 delta v drin und 180 brauchst du um minmus orbit zu machen also eigentlich müsste es funktionieren wenn jemand sein körper dafür freiwillig anmeldet sagt mir gerne bescheid ich bin da ich bin da immer offen für so haben wir das jetzt müssen wir gucken einmal durch die äquatorialebene durch das ist hier irgendwo zack zack das ist nicht viel ein bisschen machen das mal so pi mal pi mal auge muss das eigentlich ganz gut passen wie gesagt so den machen wir noch dann haben wir das erledigt und dann können wir uns eigentlich mit dem nächsten bauteil dieser station beschäftigen wenn uns an der zwerg aufbauen möchtest reichen wir nur eine rülle pro saternit benötigt ja wenn du mehrere nimmst die sind sehr oft kombinable haben die noch als art oder kombinierbar wahrscheinlich auf deutsch mit dabei stehen dann verstärken die sich also wenn du zwei hast haben die halt 30 giga stattdessen also deshalb kann sinn machen wenn man technologisch noch nicht so weit ist aber schon deep space netzwerk aufbauen möchte oder sowas zu sagen ich kombiniere halt vier kombinable antennen an einen satelliten ran dann hat man mehr reichweite dafür müssen sie aber wie gesagt dieses attribut kombinable haben genau ich denke das nächste wäre vielleicht eine kombination mal gucken wie wir es machen müssen wir gleich mal schauen also wir müssen die rakete steht ja mit der wir fliegen ich würde gucken dass wir uns diesmal ein bisschen limitieren auf zehn tonnen hoffentlich ich würde das jetzt erstmal noch dran lassen das triebwerk ich meine sind 360 delta wie mit dem man irgendwelchen schabernack treiben kann das können wir uns ja mal bei gelegenheit angucken ansonsten ist das ding in einem mimosor wird ich glaube ja guck mal wie viele häkchen wir schon haben also wir brauchen noch ein paar sitze hier sind jetzt 9 drin wir brauchen noch ein bisschen strom müssen drei piloten hinbringen das ist der auftrag danke fürs nicht crashen ich mache sowas nicht mit absicht sehr gerne ich gebe mir ja mühe mehr oder weniger okay das heißt ich würde jetzt mal gucken ob wir nicht einen ausleger arm bauen der alles erfüllen könnte maybe zwischen einem weiter entfernten sattnetzwerk zu verstärken ja du musst aber dann denken dass das auf dem orbit wandert also ich würde ehrlich gesagt immer mit so lang reichweiten satelliten arbeiten also dass du halt in einem sattnetzwerk zum beispiel um körben in einer sehr hohen umlaufbahn oder in einer polaren umlaufbahn irgendwas was ein bisschen abweicht einfachen relay satelliten baust der unheimlich viele relays hat mit den besten antennen die du hast um dann nach johl raus zu funken und der macht quasi die verbindung raus nach nach johl und dort ist damit ein ganz normales satelliten netzwerk mit einem mit dabei der große reichweite hat so würde ich spielen weil sonst hast du hohe aufwände einfach dadurch wie orbits funktionieren weil es verschiebt sich ja ein orbit zwischen duna und körben ist ja nicht immer zwischen duna und körben der verschiebt sich ja mit die first stage habe ich schon eingesammelt ja das ist tatsächlich schon passiert so raketenbau lasst uns hier rein gucken vielleicht können wir zwischendurch noch was lustiges machen blablabla 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 gerade eine moon raumstation brauchen wir jetzt nicht auch noch das ist nicht zielführend so also genau lageraumspunkte gibt es in der form nicht richtig das hat was mit zu tun dass wir halt dieses vier auf influence modell haben und keine multi körperphysik wo das berechnet wird und das wird wohl auch in ksp 2 nicht kommen also gab es auch eine klare ansage zu was aber glaube ich auch okay ist weil es viele sachen viel komplizierter macht und wenn man das unbedingt haben möchte kann man sich das ja rein patchen über ein mod so wir brauchen auf jeden fall einen construction port mit dem wir andocken dann brauchen wir auf jeden fall ein ich würde einen adapter nehmen der uns irgendwie auf würde ich überhaupt einen adapter nehmen vielleicht machen wir es auch tatsächlich einen kleinen ausleger was haltet ihr denn davon guck mal wir brauchen noch zwei seeds wir wollen ja auch gewicht sparen zwei seeds die sind hier drin das ding hat zwei seeds crew capacity 2 so so jetzt hätten wir das dann könnten wir doch sagen an dem ding ist dann quasi auch ende gelände uns fehlen nämlich auch noch knappe 2000 strom die können wir hier aufsetzen so jetzt wäre so die frage passt das hier hin das passt hier hin guckt euch das an das wäre dann quasi ein seitenausleger also den da können wir jetzt noch was sinnvolles ran bauen natürlich und mit willen der muss nicht so kurz bleiben wir haben auch noch echt viel gewicht frei aber der würde glaube ich alles erledigen was uns noch gefehlt hat also außer jetzt drei piloten rein zu packen wir brauchten noch zwei sitze und wir brauchen noch ungefähr 2000 units strom ich glaube wir hatten jetzt 6200 bla die piloten will ich nicht da drin mitnehmen die will ich nicht da drin mitnehmen das würde ich gleich noch ein bisschen eleganter lösen so machen wir das so dann könnten wir hier noch was 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 könnte man da noch sinnvolles hinbauen für später schon mal logistics logistics ich habe doch irgendwo schon gesehen das kostet ja spaß 5200 macht das macht das mein ding kaputt wie sieht das aus wenn ich das deploy wahrscheinlich wahrscheinlich explodieren dann irgendwelche dinge wie viel wiegt das ist ok braucht das mittlerweile ressourcen früher kommt man das einfach so alles cool ok dann können wir doch hier geht da noch was sinnvolles dazwischen also im sinne von wir können jetzt auch einfach noch ein paar batterien hinknacken aber vielleicht gibt es ja auch was totally sinniges könnte noch ein bisschen live support dazwischen packen ohne recycling modul aber das ist zu groß ne ja das recycling modul ist zu groß das will ich eleganter lösen die sollen natürlich ein raumschiff kriegen mit dem sie auch wieder zurückkommen können um himmels willen so war das nicht gemeint außen bord sitze da ging es mir eher darum dass ich auch zurück kann oder naja aber ich will da eigentlich kein science modul haben wenn ich jetzt selber auf das science modul abgegangen wäre es ist einfach verschwendete energie und lebenszeit rcs rcs schockt mich jetzt auch nicht so also das ding braucht noch rcs stimmt aber das würde ich mit dem raumschiff halt dran schieben das also den plan habe ich für mich auch schon gelöst ich das machen will es ist natürlich für sich so inflatable airlock das einfach auszufahren ich sehe tatsächlich keine große weitere nützlichkeit so und jetzt können wir hier nämlich einen docking docking port anbauen für leute die andocken wollen damit da auch keine probleme entstehen so hier müssen wir mal umstellen auf hier will ich später ich habe so ein guter gefühl das wird einfach immer mehr ohr und water, minerals and chemicals, gypsum fertilizer, minerals fertilizer, metallic ohr, liquid fuel oxidizer das ist es doch eigentlich oder ich glaube es gibt leider keine andere konfiguration von dem mist also das ohr ist halt irgendwie immer mit dabei meine ich oh liquid fuel oxidizer es gibt keine es gibt keine liquid fuel oxidizer kombination äh ja ist halt so ist auch nicht so wild so dann hätten wir hier nämlich einen ersten tank den wir dann aufpusten könnten der hat außen dann auch ein docking port für raumschiffe die halt reinkommen einfach nur um zu docken weil sie treibstoff aufnehmen müssen ähm und wir hätten jetzt ein gewicht von 2,6 tonnen den rest des gewichtes würde ich jetzt gerne verwenden indem ich sage zack zack oh weißt du was äh verdammt ne das kriege ich so nicht hin weil das kein komplettes sub-assembly ist ich baue es schnell ist ja nicht so wild zack zack so schutz so und dann bringen wir das ding noch mal zum leben hätte ich gesagt ähm oh jetzt müssen wir noch ein bisschen gucken ganz so einfach kann ich es mir nicht machen ich bin gespannt ob wir das oh kriegen wir das gewichtstechnisch hin das wird tatsächlich spannend kriegen wir das gewichtstechnisch gelöst in unserem 10 tonnen scope meine ich damit also wie mir auch 12 da bin ich nicht so aber ich habe noch sprit in der station aber ich habe den falschen sprit in der station könnte jetzt natürlich sagen wir machen hier brauchen wir mal einen größeren tank auch so eine so eine experimentelle super sache rauf 2772 oder wie moment 2566 okay vielleicht können wir doch kürzer gehen als ich dachte erschreckend wenig das wäre sehr schön 1592 ist okay und wir sind bei 11 tonnen ja aber so wir hätten jetzt habitation habitation wird halt ein großes problem in der nummer ne ich kriege die halt nicht in einem stück wieder zurück ohne dass die durchdrehen überleg mir was ich überleg mir unterwegs was ähm so ihr braucht das zum andocken hab ich beschlossen und ihr braucht ich muss drei piloten an bord bringen laut krimisch also diese diese mission setzt voraus dass ich drei piloten an bord bringe um sie erledigen zu können also ich komme um die crew nicht drum rum leider aber ich kann da auftanken so so könnte ich dort auftanken hashtag view transfer hoffe ich zumindest so und jetzt brauche ich eine möglichkeit um irgendwie mit drei körbels nachher den heimweg wieder alles gut alles gut reicht mir das mit der engine plate kriege ich halt einen sauberen übergang sonst hätte ich ja dieses kleine schlauch ding ich zeig dir das mal ganz kurz warum ich das mache also engine plate sauberer übergang aber ich docke jetzt halt an der engine plate an docke ich an dem kleinen triebwerk an sieht das halt so aus kannst du machen sieht halt kacke aus deshalb deshalb engine plate um da so ein bisschen durch den vollen tank zum habitat tauchen ja ich überlege gerade ob ich es irgendwie anders gelöst bekomme schicker tatsächlich könnte man es aber so lösen pass mal auf so die frage was passiert gewichtstechnisch damit und ich nehme dann den part einfach wieder mit zurück so dann habe ich nämlich meine habitation ich docke da ab das muss dann auch nicht nochmal neu andocken und ich werfe das ding dann quasi suborbital ab um es loszuwerden so habe ich eine zugängliche habitation die gleichzeitig als röhre dient um mich da drüben rein mich da drüben rein zu bewegen 12,5 tonnen jetzt kommen wir so langsam so langsam an eine schallgrenze wo ich auch nicht mehr allzu viel weiter provozieren möchte ich weiß gar nicht ob es mittlerweile aerodynamischen Einfluss hat geht das ding noch um äh ne Dorfdorf mir geht es darum dass ich das teil auf dem rückflug mitnehmen muss also ich würde ja auch gerne die leute bespaßen ähm auf dem rückweg und die kabine oh wait ah ne aber ich will da die dings ne das passt schon so mit dem ausleger alles gut theoretisch kann ich die kabine tatsächlich nach abschluss der mission wieder abbauen aber ich will die kabine behalten ist okay dass sie da ist so Freunde das kommt zurück das bla 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 fast eigentlich alles dann Pakete so und jetzt machen wir gleich ein bisschen die Verbesserungsideen rein zack nämlich huch schon mal falsch so du kannst auch ein bisschen kürzer noch glaube ich wahrscheinlich sogar noch kürzer geht das sehr schön so 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 und jetzt hatten wir gesagt hier nehmen wir jetzt mal ein bisschen Fuel raus Trusterblocks Trusterblocks jetzt kommt die große Frage die kleinen wiegen 0,04 die wiegen 0,075 also nicht ganz das Doppelte nehme ich also zwei von denen spare ich tatsächlich ein bisschen was Skelly sind nur noch mal runter spreche ich sogar wahrscheinlich noch mehr sehr schön so mhm haben wir das äh hier fehlen noch die Beine stelle ich gerade fest oder die reiche ich ja noch gar nicht dran das muss ich gleich nochmal speichern das Sub-Assembling reichen uns drei die große Frage ist reichen uns drei würde auch wieder ich glaube auf die Breite gesehen tatsächlich könnten wir es mit dreien probieren ähm ist da noch ein Blätter drin ne achso hier oben der Blätter ja der kann auch wieder ein bisschen zurück aber wir kommen diesmal potenziell von Minmose angeschüsselt ganz zu weit sollten wir nicht runtergehen so ich glaube drei reichen die Beine müssen weiter runter die Beine müssen weiter runter ok nicht zu tief gehen und wir müssen halt einfach ein bisschen ja wir sind aber vor und muss man ja fairness halber sagen auch irgendwie mit 30 Metern pro Sekunde aufgeschlagen das sollte das müssen wir halt einfach vermeiden ich würde die Beine mal so lassen die haben genug Luft eigentlich wir müssen halt ein bisschen sanfter aufsetzen so retract 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 so das wird jetzt nochmal in den Sub-Assemblies gespeichert der Knoten Launcher Stage 2 zack hm nein falscher Knopf vorhand so dann haben wir das können wir hier noch das Ferrying editen das nämlich noch ein bisschen nach oben gehen muss ach du heilig ist das lang haha oh oh ich hätte Fragen an diese Konstruktion eieieieieiei eieieieiei eieieieiei da fällt mir auf das sollten wir unbedingt strutten das kann gar nicht gut funktionieren eieieieiei eieieieiei das ist aber arg länglich der das ist aber arg länglich und ich glaube da ist auch nicht ganz breit genug ist ein bisschen um diese Dinger noch drum rum oder vielleicht auch durch ein bisschen weniger ein Zäpfchen aber insgesamt sehr längliche na wird es nicht geplaced werden was ist dein Problem äh so ne ich mach da keinen die Kappler rein ich mach da ganz bewusst ein Docking Port einfach auch aus Passierbarkeitsgründen weil da die Körbels durchkommen sollen so und hier soll nachher ein Docking Port dran ähm genau also der soll passierbar sein und der soll später wirklich ein Docking Port sein an der Station also es hat hat beides seine Gründe tatsächlich so wir haben die geupdatete Variante der Second Stage drin so zack ok ok weiter gehts so mal Essen drin Essen ist ein guter Part ne verdammt die wollen doch noch was essen jetzt wollen die auch noch was essen was denn los mit denen verdammt leider ein guter Einwand verdammt leider ein guter Einwand verdammt leider wir müssen es eigentlich hier irgendwo bauen ach ekelhaft ich hasse es wenn ihr recht habt aber ohne Essen würde das nicht funktionieren ich geh mal weg da geh mal weg da das ist das ist wie wäre es denn mit drei Leuten wir tun jetzt einfach mal so als ob wir theoretisch drei Piloten mitnehmen ne reine Theorie 15 Tage das ist immer noch ein bisschen knapp ne 30 Tage ist okay weil wir können das Essen auch wieder auffüllen an der Station ähm ähm die Frage ist jetzt nochmal wo stehen wir jetzt mit dem Launcher 13,3 Tonnen aber wir sind schon deutlich leichter als beim letzten Start ok ist ok ist ok hoffe ich ich hoffe es ist ok ich hoffe wirklich es ist ok wenn nicht haben wir ein Problem so ich glaube ich würde Habitation 17 Tage die kriegen zwischendurch aber einen Boost dann müssen sie einmal ein und aus steigen ja ich glaube Habitation kann halt richtig ein Risiko werden ne Müsste aber hinhauen eigentlich durch die also wir haben jetzt Habitation mit drei Leuten 17 Tage da sind aber zwei von den Dingern aktiv ich flieg dann mit einem zurück ikiere ich das? Hmm hmm oder ich lass einen Körbel sicherheitshalber an der Station zurück ich glaube ich lasse einen Körbel zurück dann müssten wir hinkommen mit den Supplies und allem drum und dran so jetzt kommen wir zum großen Thema Booster das machen wir einfach letztes Mal weil es so gut funktioniert hat so diesmal strategy aber am Anfang gleich lesson learned, dann hängen die auch nicht so in der Gegend rum das sollten wir übrigens auch mal als ein SubAssembly wegpacken gleich damit ich das nicht immer wieder machen muss fällt mir aber jetzt gerade auch erst auf wenn ich das gerade eben schon mal gemacht habe wir werden gleich ein Booster SubAssembly wegpacken so Da, 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 da. Zack, sehr schön, so, jetzt machen wir einmal SubAssembly, verdammt, hallo, ja, äh, äh, der Knotenbooster, so, dann kann man den nämlich auch immer mal wieder aus der Tasche ziehen, wenn man ihn braucht, und halt weglassen, wenn man ihn nicht braucht, aber das ist auch insgesamt eine gute Variante, so, ich hoffe, der ist hoch genug, äh, ein bisschen höher noch, so sieht das gut aus, da ist genug Abstand, so, jetzt alles wieder zusammenfriemeln, Moin, Chattesco, Clipping an den Glücksflossen, was, nein, hier ist kein Clipping, immer erst fertig bauen lassen, immer erst fertig bauen lassen, so, die Dinge sind geauto strudelt, ich habe C-Level Trust, ja, okay, das passt irgendwie noch nicht, weil Booster noch nicht mit dabei, 1,55, check, das ist okay, dann beim seitlichen Abtrennen, please, die Dinger mitzufinden, check, dann nächste Stage, check, dann Feathering, dann nächste Stage, alles wird super, wir freuen uns sehr. Lass das uns probieren. So, jetzt müssen wir noch entscheiden, wer die armen, äh, Opfer sind, die ich mitnehme, also, da ich tatsächlich wenig Vertrauen in die Nummer habe, würde ich Jebediah und Valentina mitnehmen, äh, setzt euch mal bitte in den Command-Port alle rein, und ich nehme einfach Antrags mit dazu, Antrags, falls du da bist, du schaffst das, tschakka, äh, ich habe leider auch kein Abortverfahren, ich werde einfach so lange wild auf die Leertaste dreschen, wenn hier irgendwas schief geht, ähm, bis hoffentlich alle überlebt haben, äh, ja, es ist ein bisschen besser als letztes Mal, müsste also in der Theorie super gut funktionieren, praktisch gesehen, ähm, bin ich mir nicht so sicher, äh, es ist ein ziemlicher Space-Spargel geworden, erster Stage wird wie immer das Kritische, und genau, Primärmission ist natürlich, diese Station an den Start zu kriegen, wenn wir das hinbekommen, und jetzt auch noch ein bisschen recoveren können, dann haben wir richtig gut Kohle verdient damit, tschakka, gucken wir mal, so, die haben keinen eigenen Tank, nein, Fallschirme an der Landekapsel, ja, ja, da sind Fallschirme dran, das erkennt man an diesem Fallschirmsymbol, so, lass das uns hinter uns bringen, ich will nachher auch ins Bett, das wird schief gehen, das wird bestimmt irgendwie schief gehen, und wenn die, es wird schief gehen, meine ich, dieses typische Fingerscross wird schon schief gehen, also, was soll passieren, da sind Glücksflossen dran, oh mein Gott, ich hab vor so langen Raketen immer Angst, aber eigentlich ist es okay, also richtige Raketen sind auch so lang, das Problem ist halt immer, dass die KSB-Verbinder teilweise nicht so gut sind, ich hab da jetzt eigentlich Struts dran, also sowohl die Docking-Ports als auch die Decoupler haben halt so ein bisschen diese Soft-Joint-Problematik, dass wenn da sehr viel Gewicht drauf liegt, dann schwankt das so in der Gegend rum, das ist immer so ein bisschen, wow, tricky insgesamt, sieht aber gut aus, scheint zu funktionieren, so, ich guck hier nochmal nach, Habitation sieht gerade noch nicht so gut aus, das kommt dann aber gleich noch, das kriegen wir alles hin, die haben ein paar Tage Zeit, sich dran zu gewöhnen, okay, auf geht's in den Orbit, haltet euch alle gut fest, wir schaffen das irgendwie, meine, halt, ich hab Angst, los, 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 okay, so weit, so schlecht, ich glaube, die Turn ist eingeleitet, ich glaube, wir sind jetzt schon in der safen Abordhöhe, wenn jetzt noch irgendwas schief geht, sollten es die Curbles überleben, es sieht gut aus bis hierhin, der sieht wirklich cool aus, der ist auch sauber, der ist auch sauber, in die Camode, bisher, alles schicko, das lassen wir in die Saal, sich nicht überwarten, da kommt es hin, da ist die Schreiberin, zu gehen auf, zu gehen. Okay, wir geben ihm jetzt noch ein bisschen Speed mit, einfach weil wir es können. Und ich mach aus. Und next stage, los geht's. So, Nase runter. Wir wollen in Orbit, nicht zum Mond. Also wir wollen schon nach Minmus früher oder später, aber geht's gerade noch nicht. Sieht Delta-W-mäßig auch sehr, sehr gut aus. Jetzt heißt es, Zeit erkaufen ein bisschen. Während die andere Kiste unterwegs ist zur Abwapses. Wir haben ein bisschen Zeit. Wir sind diesmal sehr weit rausgeboostet. Also ihr merkt, ich werde jetzt auch langsam ein bisschen mutiger mit der Kiste. Ich glaube, das ist auch okay. Ich lasse mich bereits schon mal alles vor, was wichtig ist. Wir können schon mal Habitation anmachen. Hat das Ding keine Habitation? Ich hätte gedacht, es hat... What? Ich dachte, es ist ein aktives Modul. Aber es hat einfach nur Platz. Ich verstehe. Okay. Naja gut. Wir haben 17 Tage. Wir müssen in 17 Tagen an der Station angedockt sein. Sonst haben wir ein Problem. So einfach ist es. Wir haben gut Zeit schon mal erkauft. Sagen wir starten jetzt gleich den Host Backburn. Für die andere Kiste. Sieht gut aus. Schaffen wir. 17 Tage wirkt jetzt erstmal ein bisschen knapp. Aber ich glaube, wir brauchen 9 oder 10. Wenn ich es ein bisschen optimiere, 7 bis 8. Nach Minmus raus. Das sollte passen. So. RCS an. Und los geht's. Der Boost Back läuft. Also wir boosten es wird Richtung KSC. Der Wien-mäßig muss man das hinbekommen. Das sieht richtig gut aus. Ich glaube, es reicht. Okay. Okay. Weiter geht's mit unserer anderen Kiste. Während er hier Höhe verliert. Genau, mit KOS kann man das natürlich auch lösen, indem man es durchskriptet. Oder man kann es mit einem Mod lösen, indem man sagt, ich möchte das nicht mal selber landen. Und macht, ähm, na wie heißt das? Stage Recovery. War das gerade aufgepustet? War das gerade aufgepustet? Ich habe das nicht aufgepustet. Wollte schon sagen, Freunde. Jetzt aber mal hier Vorsicht. So, wir geben ein bisschen Gas noch. Ich würde sagen, wir geben uns ruhig mal ein bisschen Pitch mit rein. Ja, okay. So können wir die Apo-Absis noch ein bisschen vor uns her tragen. Einfach, dass wir Zeit haben. So, das wird jetzt natürlich eine Landung im Dunkeln. Das wird relativ spannend. Wir haben noch ein bisschen Platz. Hier kaufen wir uns jetzt einfach Zeit. Während das Ding auf dem Weg nach unten ist. Sieht aber gut aus. Noch ein bisschen was. Hier was er. Gleich sollten wir uns kümmern. Okay. Ausmachen. Zack. Ich glaube, wir kommen auf dem Wasser runter. Sieht für mich zumindest so aus. Mal gucken. Ein bisschen zu kurz gegangen. Ist aber auch nicht so wild. Ist eh dunkel gesehen. Scheiß. Von daher. Also ist egal. Wir werden hoffentlich einfach nicht sterben. Mal gucken, ob wir das recovern können. So, wo ist die Prognose? Ah, Prognose können fürs Land noch passen. Aber wir kommen neben dem KSC auf jeden Fall runter. Wird knapp. Wird knapp. Wird knapp. Ich glaube, wir fallen in diese Bucht rein hier. Ja, die Bucht. Vermies das sonst ein wenig. Ich glaube, ich lasse die Landebeine auch direkt drin. Okay, wir wassern den Booster heute. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Wahrscheinlich nicht so gut. Erfahrungsgemäß. Aber mal sehen. Schauen wir mal. Hoppla. Ein bisschen vieles Guten. Komm. Ganz sachte. Die Physik einfach immer völlig ausrastet. Ah shit, jetzt sind wir drin gepinnt, ne? Ja. Das ist nicht gut. Wir sind durch das Sinken sind wir gepinnt. Also wichtig auf Land landen. Das Problem ist, dass bei so einer großen Rakete halt die Physik komplett ausrastet, wenn wir die ins Wasser schmeißen. Da haben ein paar Teile überlebt, die können wir später recovern. Das Problem ist, dass wir jetzt gepinnt sind in der sinkenden Probe. Und wenn wir jetzt warten, bis die am Meeresboden ist, dann können wir die Second Stage nicht fliegen. Da komm. Jetzt wäre ein richtig schlechter Zeitpunkt für das Spiel, um abzustürzen. So. Passiert also da die Lektion einfach das nächste Mal mehr darauf achten, dass der Boostback auf jeden Fall aufs Land drauf geht. Weil da stehen wir das Ding. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Nee, das Problem ist da nicht mit dem Sinken. Das Problem ist, die wird immer auseinanderbrechen. Wenn so eine große Rakete aufs Wasser trifft, da kannst du auch mit Airbags arbeiten oder sonst was. Die Physik von KSP schlägt da einfach zu und zerlegt dir die Rakete in alle Einzelteile, wenn sie aufs Wasser schlägt. Deshalb ist es da so wichtig, dann auf den Landebein tatsächlich zu landen, weil dieses Kippen ohne Widerstand auf dem Wasser, das verkraftet sie halt einfach nicht. Na komm, na komm, lass mich, lass mich das noch in die Atmosphäre bringen, äh aus der Atmosphäre bringen, in den Orbit. Peace. Wir sind schon leicht am sinken, also gerade rechtzeitig aufgetaucht. Come on. Fehlt nicht mehr viel. Guck mal, wie der Apo-Aps ist. Haben wir diesmal die Massive Scale Notions wenigstens gekriegt? Müsste eigentlich, oder? Ich habe nicht darauf geachtet, wie wir vorher hatten. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. So, wir haben das Ding soweit erstmal safe geflogen. Wir können jetzt so einfach erstmal für eine Trennung sorgen soweit. So, das Ding ist unterwegs nach Minmus. Das machen wir beim nächsten Mal im Detail. So, und das Ding bringen wir jetzt noch raus zur Landung. Wie viel haben wir? 2000 Delta V. Ja, geil. Das heißt, für dich mob hier Das machen wir jetzt noch, oder? So eine abschließende Second Stage Landung. Mal gucken, ob wir sie sauber auf dem KSC runterbringen. Und auf drei Beinen stehen diesmal. Ah, witzig. Wir sind sogar sehr, sehr nah an der Kirby Space Station dran. Ein bisschen noch, jetzt würde ich bremsen. So. Retro Grat. Minion. Airbracks raus. Egal, was passiert. Und dann Feuer frei. Die Orbit unserer Second Stage. So, nicht zu kurz. Wir müssen noch ein Stück fliegen. Können auch nochmal zwischenboosten. Ich würde jetzt mal hier so anpeilen. Wir haben noch ein bisschen Drehung von Körben mit drin. Mal schauen. Zwisch, da haut der Rest ab. Der da jetzt ein bisschen schneller als wir. So. Sind wir schon auf 70 Kilometer? Wir sind ja noch nicht. Okay. So, jetzt müssen wir nochmal richtig bremsen. Ist aber auch gut. Nimmt auch aus dem Reentry sehr viel Schärfe raus. Wir haben noch 1600 Delta V zur Verfügung. Sieht also alles gut aus. Und es macht total Sinn, den Burn jetzt so stark durchzuführen. Damit es uns gleich nicht zerrasselt auf dem Weg nach unten. Und lieber ein bisschen zu kurz, das haben wir ja gerade gelernt. Und dann auf dem Land stehen, als gleich aufs Wasser rausfallen. Das heißt, ich würde sehr kurz vorm Space Center anpeilen. Und komme ja doch relativ steil rein. Mal sehen. So in etwa. Mal gucken, wie schlimm es dann wirklich wird. Wir kommen ja aus großer Höhe gefallen. Ich glaube, wir kommen ein bisschen zu kurz dadurch immer noch, aber wir können ja so tun. Los geht's. Sehr entspannt diesmal. Und dann aus. Die Dinger fahren nicht aus. Nicht sauber in die Action-Grohre reingepackt. Muss ich beim nächsten Mal noch fixen. In der Theorie machbare Landung. Wir haben sehr viel Puffer. Das heißt, ich kann es auch nicht schlimm, wenn wir landen das direkt auf unserem Fabrikgebäude. Ähm, ist auch nicht schlimm, wenn ich mich ein bisschen verrechne mit dem Suicide Burn. Das heißt, wir können da ganz gut mit arbeiten. In den Alpenländern ist jetzt wohl Schlafenszeit. Gute Nacht, umgo und crazy. Schlaft schön. So, wir machen auch nur noch die Landung und dann schicke ich euch zum Raiden irgendwo hin. Mal gucken. Ist noch Zeit. Ist immer noch Zeit. Ist immer noch Zeit. Ist immer noch Zeit. Und... Ich habe ein bisschen früh gezündet. Das wird relativ knapp. Auf dem letzten... Mit dem letzten Tropfen Sprit haben wir das Ding abgestellt. ? ? . ? Bis zum nächsten Mal.